Denken Sie, Sie sind qualifiziert dafür, einen Fall dieser Größenordnung zu übernehmen? Ich bin dafür geboren worden. Und außerdem habe ich noch einen Puls. Das ist der Puls. Ich habe auch einen Puls. Am Puls der Zeit. Es ist nicht Zeit der Zeit? Das ist der Zeit. Wow. Das ist der Zeit. Hallo beim Zahlen-Sender. Wir begrüßen euch wieder von der Zahlen-Sender-Crew. Heute repräsentiert von Phil. Guten Tag. Und von Jan. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Wer kennt dieses Sprichwort noch? Ben, kennst du es? Nein, leider nicht. Komisch. Bitte Tim, erklär es uns doch. Hätte ich es euch doch in einem Vorgespräch erklärt, dann wisstest ihr es. Ja, da war ich aber noch nicht da. Ja, ich bin ja heute später gekommen. Ja stimmt, du hattest ja es-Bahn-Sender-Crew. Wenn ihr dieses Sprichwort kennt, dann seid ihr alt wie Tim. Liebe Zuhörer, wenn ihr dieses Sprichwort kennt, dann schreibt uns nicht. Wenn ihr das Sprichwort nicht kennt, dann schreibt uns. Wenn wir sehen, was dabei rauskommt. Nein, 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 du wogelst. Aber nur per Post. Genau. Die Adresse sagen wir euch am Ende. Cool, ein Tanzartikel. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Aus dem Jahr 1989. Siehst du? Aha. Da konnte ich nicht mal lesen. Da habe ich schon gelebt. Ha, ich auch. Und gelesen. Das Jahr 1989 ist heute genau 20 Jahre her. Heute. Das ist richtig. Rechne doch mal nach, bitte sehr. Hast du 20 gesagt? Ja. Gut. Das ist nicht richtig. Oh Mann. Oh Gott. Wie jung wir alle noch wären. Im Glück arbeite ich nicht mit Zahlen. Oh wow. Können wir nochmal zurückspulen? Das Jahr 1989. Ja, genau. Als wir alle 20 Jahre alt waren. Wir waren da schon 20. Ja, kann sein. Du vielleicht? Nein. Da war ich sechs. Ich war starke vier. Da gingst du ja schon in die Schule. Mario war ein Teil der Ursuppe. Ja, willkommen zum Zulonsender. Ja. Zu Jack im Weltraum. Law and Order. Ich habe jetzt gerade an Jack aus Lost gedacht. Nein, ich meine JAG. Ja, JAG. Die zweitbeste Anwaltsserie aller Zeiten. Was? Nach? Ali McBeal. Boston Legal. Boston Legal ist natürlich. Die beste Anwaltsserie aller Zeiten. Selbstverständlich. Da ist immer ein Captain Kirk mit dabei. Ja, ja. Und Daniel Jackson. Was? Ach so, aus dem Film. Ja. Nicht aus der Serie. Ja. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ja. Und ganz viele andere Gast-Schauspieler aus anderen bekannten Serien, wo man sich immer wieder gefreut hat, sie zu sehen. Ich bin auch kein JAG-Fan. Ich bin auch kein JAG-Fan. Seven of Nine. Ich glaube, das lag bei mir daran, dass JAG früher auf Sat.1 immer nach einer Serie kam, die ich gemocht hatte. Ich bin JAG sehr gerne geguckt. Ich finde den Ableger von JAG gut. Den mag ja Phil nicht. Navy CIS? Ja. Soll ich den nochmal im Hinterkopf schlagen? Ja. Au. Das ist nämlich lustig. Jedes Mal wieder. In CIS ist das viel bessere JAG. Oh. Da kommen wir wieder in diese Spulitäten. Ich weiß nicht, was CIS und CSI und so weiter alles ist. Das ist für mich alles eine Pampe. Und genau, es hat nichts miteinander zu tun. Ja, siehst du? Aber es hat dieselben Buchstaben. Genau wie. Ja, viele Worte haben dieselben Buchstaben. Aids und Dias hat auch nichts miteinander zu tun. Cameron Aids? Hat aber, nein, Dias. Cameron Dias. Weißt du, das, was man früher in den Projektor geschoben hat, bevor es einen Beamer gab. Ja. Und Cameron Dias. Der Name Beamer existiert nur im Deutschen und nicht im Englischen. Das ist so wie Oldtimer. Im Englischen heißt es eine Beamer-Projektor. Ein Projektor. Oldtimer. Und Handy sind auch deutsche Worte. Ja. Hm. Hm. Wisst ihr, wie Handy hier heißt? Natel. Was? Warum? Natel. Was? Wie das hier heißt? Ist das auch in der Schweiz oder was? In der Schweiz? In der Schweiz. Natel? Ich glaube, da heißt Natel. Aber warum? Natel. Natel. Natürliches Telefon. Telefon. Ja. Das macht voll Sinn. Ja, ne? Alle gucken sie es nach. Hat Seven of Nine wirklich bei Boston Legal mitgespielt? Oder wo meintest du jemanden? Du weißt mir das Gegenteil. Na, die hatte ich bei Boston Legal mitgespielt. Ab heute Abend wird für jede Folge durchgucken. Hat sie mitgespielt. Ja. In Boss hat sie mitgespielt. In der neuesten Staffel ist die doch nochmal durchs Bild gelaufen bei der Anwältin, oder? Oh, oh, sie hat übrigens bei Boston Legal mitgespielt. Echt? Star. Okay. Ich wusste zwar nicht, dass sich das Gespräch in die Richtung entwickelt, aber ... Das war aber auch jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, weil da hat ja eigentlich jeder, der irgendwann mal in Star Trek irgendeinen Auftritt hatte, auch mal mitgespielt. Ja, hättest du ruhig ein bisschen unterstützender sein. Ja, stimmt. Ich guck gerade hier, Gastdarsteller, Freddy Prinz Jr., Tom Selleck, Michael J. Fox, Jerry Ryan, Armin Schimmermann, hier, Dings, Quark hat mitgespielt. Und hat ein Brandopfer gespielt? Ein Brandopfer? Nee. Der hat ein ... Hätte ich lustig gefunden. Der hat ein ... Was war denn der da? Ach so, der Verwalter von denen, oder so, der Anwalt, mit dem Stock im Arsch. Aber er hat nicht die Maske an, die er in DS9 trägt. Ah, und der hier, der Enterprise-Kaptain hat auch mitgespielt. Mhm, Scott Bicula. Der hat da mitgespielt? Mhm. Ja, die haben da meistens so ein, zwei Folgen mitgespielt. Ja, auf jeden Fall hat Michael J. Fox mitgespielt, Betty White hat mitgespielt, Magnum hat mitgespielt. Ja. Mhm. Mhm. Und hier, wir dürfen ja Odo nicht vergessen aus Deep Space Nine. Odo. Der hat ja eine ganz große Rolle. Habe ich das nicht eben gesagt? Nein. Das hast du eben gesagt. Niemand gehört. Niemand gehört. Doch, ich hab dir doch zugehört. Ich hab doch sogar gefragt, ob er dieselbe Maske aufmacht. Ja. Und da habe ich gesagt, ja. Und währenddessen hat Ben irgendwelche nicht relevanten Namen runtergegrabbelt. Der zerfließt auch immer so. Ich hab alle Star Trek-Schauspieler vorgelesen tatsächlich. Ja, sag ich doch. Wenn das Gerichtsverfahren nicht in seinem Sinne ausgeht, dann zerfließt er einfach so. Oder er verwandelt sich einfach in den Richter und macht selber das Urteil. So wie Huma sich in die Ecke, in die Hecke verzieht, so zerfließt Odo im Gerichtssaal. Oder wie Huma im Gerichtssaal die Brille auf hat und dann abgeben muss. Und dann die andere Brille aufsetzt. Und die andere. Und die auch wieder abgeben muss. Ja, kommen wir doch mal zu Battlestar Galactica, oder? Heute schon. Apropos Brille, meinst du? Da spielt Badger aus Firefly mit. Wusstet ihr das? Ne. Ja. Aber er kam ja bekannt vor. Wegen den Katzen. Und er trägt in Firefly eine Krawatte, aber hier nicht. Dafür trägt er in Firefly eine Melone und hier nicht. Ja. Schade. Hätte ich mir gewünscht, dass er hier auch hat. Dafür trägt er hier eine Katze und in Firefly nicht. Oh Gott. Oder ist es ein Katze? Ich befürchte, das wird eine lange Sendung. Und die Sonnenbrille nicht. So ist das, Ewa. Werden wir den Schwarzmarkt toppen? Genau, der spielt sogar nochmal in Serenity mit. Richtig? Steht ja auch hier auf dem Bild, was ich gerade gepostet habe. Ja, tut er. Der hat dann nur nochmal so einen ganz kleinen Auftritt, oder? So als, ähm. Er kann ihn bestimmt irgendwas besorgen. Ich fände den Charakter immer ziemlich cool. Ja. Und wir reden von? Mark Shepard, richtig? Jo. Richtig. Denn dieser Mark Shepard spielt in der heutigen Episode mit, die da heißt Berufung, oder auf Deutsch? Berufung. Du bist ein Held, ey. Du bist echt ein Held. Oh Gott. Which im Englischen The Sun Also Rises. Which is a Wortspiel. To the Ernest Hemingway Novel. Was? The Sun Also Rises. Genau. Das hat es sehr viel am Glas. Written in 1926. Und es war einer der ersten größeren Romane von Hemingway. Ich kenne den Inhalt nicht, aber... Ich glaube, ich jemals was von Hemingway gelesen habe. Ich glaube, ich habe in der Schule mal eine Kurzgeschichte von Hemingway gelesen. Passte. Passte. Ja, und ich glaube, sie haben das nur wegen des Wortspiels eingefügt. Vermute ich mal. Ja, das ist bestimmt ein belesener Regisseur. Oder das. Denn der Regisseur ist, danke für die Oberleitung, Robert Young. Und das Drehbuch. Bei mir steht Sergio Mimica. Sergio Leone. Ja, bei mir auch. Wollte ich nur mal sagen. Entschuldigung, dann habe ich mich vielleicht vertan, weil meine Quellen stimmen. Robert Young. Aha. Steht bei mir. Jetzt brauchen wir einen Schlichter. Mario, wo bist du? Mario. Also IMDB sagt Robert Young. Wikipedia sagt Robert Young. Aha. Die Battlestar Wikipedia hat mich enttäuscht. Sie wird sofort gelöscht. Deswegen hat die auch schon jemand gelöscht. Die ist doch schon, ja genau, die ist doch schon lange gar nicht mehr da. Jan, ändere bitte den Artikel. Tja. Ja, aber wieso sollte sich dann postmortem noch der Director geändert haben? IMDB, Jan. IMDB. Ja, aber IMDB hat nicht so eine schöne, detaillierte Zusammenfassung des Plots. Wikipedia, Jan. Wikipedia hat auch nicht so eine schöne, detaillierte Zusammenfassung des Plots. Komm, Phil, lass dir nichts einreden. Die Fakten sprechen für uns. Robert Young ist der Regisseur. Ja, ich akzeptiere eure Fakten. 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 Aber ich möchte sagen, Schande auf die Gräber der Battlestar Wikipedia. Ja, aber da muss ich dem Jan schon zustimmen. In der Wikipedia steht ja nicht mal drin, dass The Sun Also Rises, ein Wortspiel auf Ernest Hemingway's. Doch, ist sogar der zweite, nein, der erste Satz. Oh, wow, jetzt wird's nicht mehr drin. Das steht sogar im Vorschau-Text drin. Der zweite Satz, es ist der zweite Satz. Okay, gut. Gehen wir weiter zum Drehbuch. Geschrieben von Angelo Cialotti. Einer traut sich was. Was? Du findest nie wieder. Das war völliger Quatsch. Michael Angeli. Aber ich weiß eben jetzt nicht mehr, ob der Artikel stimmt. Ja, deswegen habe ich das ja gesagt, weil ich wissen wollte, ob du nochmal dagegen sprichst. Nein, es ist tatsächlich Michael Angeli. Wir haben 41.399 Überlebende nach dieser Folge minus einen Anwalt. Und vor dieser Folge hatten wir eine Starbuck mehr. Also 41.400. Interessant. Ja. Interessant. Das ist jetzt einer weniger wert. Und sie steht auch nicht mehr im Vorspann. Richtig. Ja. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Weil sie liebt ja eigentlich Liadama. Ich glaube, du nimmst das nicht ernst hier. Mit was? Mit, dass sie sich lieben? Ja. Und diese Folge ist der Beweis dafür, dass sie sich auch rasiert hat. Genau wie Hilo. Man es nur nie gefilmt gesehen hat. Denn auf dem Bild, das der alte Mann am Anfang aufmacht in der Karte, da trägt sie einen Schnurrbart. Richtig. Das war sehr lustig. Und eine Brille, die sie sonst auch nie auf hat. Ja. Die durfte eigentlich gar nicht fliegen. Schon komisch, dass man damit überhaupt Pilot werden darf. Ja. Eben. Also kein Wunder, dass sie Anzeigen nicht lesen konnte, dass sie zu tief ist. Ja. Ja. Ach, das geht ja. Aber Adama war doch auch Pilot. Ja, hatte doch keine Brille an. Er ist alterskurzsichtig. Ah, er ist alterskurzsichtig. Außerdem, glaube ich, trägt E-Brille nur, um sie in dramatischen Momenten effektvoll abzunehmen und aufzusetzen. Trägt sie schon oft. Naja, egal. Ist ja auch immer dramatisch in der Serie. Stimmt. Ja, eben. Er ist ein dramatischer Charakter. Mhm. Und er ist ein junger Mann. Er steht auf jeden Fall auf der Geburtstagskarte, die er hochhält. Genau. Bevor du jetzt schon alles durchherrnablerst. Ja, ich muss ja noch die Übersicht machen. Alles durcheinander durchgehend. Hab ich vergessen. Musst du noch die Übersicht machen. Hab ich gehört. Hast du jetzt eigentlich das mit Absicht gemacht, diesen Hinweis mit den Überlebenden? Hm. Ich mach den öfter. Weil das ist gar nicht richtig. Okay, dann korrigiere mich. Also IMDb sagt, dass Starbuck nämlich nicht mitgezählt wird als Tod. Was? 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 Da hab ich andere Quellen. Aber bei mir stand auch. Das ist der Survivor-Count nämlich. Ja, minus 1. Ja, das ist der Anwalt. Das wird angezeigt, nachdem der Anwalt in die Luft fließt. Der stimmt hier vor den Vorspann. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ja. Äh, Tim, hä? Ich habe das mit einer Quelle belegt. Das ist ein Podcast, das jetzt. Hm. Was sagt denn Jan dazu? Ja, bei mir, bei mir steht 41.399, aber er hat's schon recht. Minus 1. In der Folge stirbt ja jemand. Ja, aber der Anwalt ist ja vor dem Vorspann gestorben. Und dann kommt das immer noch mit rein, wenn's vor dem Vorspann ist. Das ist immer der aktuelle Stand. In dem Moment, wo sie halt aus dem Fenster geguckt haben. Die zählen ja dann immer schnell durch. Die aktualisieren in der Home Run während des Abspanns die Zahlen. Vorspann. Äh, Vorspann, ja. Ja, machen die. Die haben den Vorspann quasi Zeit, einmal durchzuzählen. Und dann kommt das Ergebnis. Die müssen alle melden. Und dann wird das zusammengefügt. Und dann tragen sie es in der Battlestar Galactica-Wiki ein. Okay, ja, dann ist ja, dann sind ja, ist ja, ist ja uns so informiert. Also haben sie sich einfach falsch eingetragen, oder? Offensichtlich. Können wir uns da drauf einigen. Weil sie haben Starbuck ja auch aus dem Vorspann genommen. Genau, dann, das ist ja völlig inkonsistent. Ja, das ist halt der Scheiß. Völlig inkonsistent. Da hat jemand eine Falschmeldung gemacht. Ja, können wir das ändern? Ich ändere mal den Artikel in der Reihe. Wir beenden das jetzt hier. Auf diesem Niveau habe ich keine Lust. Nee, ich bin auch dafür. Auf diesen ganzen falschen Quellen kann man doch so nicht arbeiten. Und dass es wo der Europa war. Der eine hat hier Angelo Viscassi als Regisseur. Der andere hat, ach, ich glaube, wir müssen jetzt die Zusammenfassung machen und dann das Ganze beenden. Ja, Tim, äh, Jan, fang an. The Sun Also Rises ist der Name eines 1926 erschienenen amerikanischen Romans von Ernest Hemingway, der, äh, amerikanische und britische Expatriats, also Expats, ähm, portretiert. Ja, oder Auslandsarbeiter, who travel from Paris to the festival of San Fermat in Pamplona to watch the running of the bulls and bullfights. Und wenn du mit, äh, Battlestar anfängst, dann starte ich die Aufnahme wieder. Eine gute, eine gute Pro, ein Pro-Trip. Nee, ich mach das jetzt, der, der ist sehr lang, der Artikel. Ja, jetzt Battlestar, bitte. Okay, Battlestar Galactica ist eine Serie, die zuerst in den, äh, 1900, ich weiß gar nicht. Okay, die Folge The Sun, The Sun, also Sun im Sinne von Sohn, Also Rises, oder auf Deutsch Berufung, spielt vor dem Verfahren für Gaius Balter und es fängt an, indem die Captains der Schiffe für das Tribunal gelost werden. Und, ähm, der erste ist ein gewisser Captain, Elias Mika von Gideon, hat überhaupt keine Bewandtnis. Der letzte, von dem man es dann weiß, das ist der alte Mann. Und während das auf der Homeworld-Hemingway, der alte Mann und das mehr, ergeht sich, ähm, der alte Mann in seiner Trauer. Dann wird sein, der Anwalt getötet von Gaius Balter und Lee Adama wird damit beauftragt, den neuen Anwalt, den Katzenanwalt, den Sonnenbrillentragenden Lügneranwalt, ähm, zu beschützen. Dann kommt nachher raus, nach ein, zwei, drei gescheiterten Attentaten, dass es der gute Kelly war, der plötzlich eine 180-Grad-Wende gedreht hat und meinte, er sieht so viele Leute sterben, deswegen will er Leute umbringen. Ja, und der kommt dann in den Knast, der Anwalt ist verletzt, Lee Adama will seine Position übernehmen, das findet sein Vater nicht gut und jetzt stehen sie an verschiedenen Ecken des Gerichtsraums und all das wurde eingefädelt vom Katzenanwalt Romo Lämpkin. Folge fertig. Romo Lämpkin. Romo Lämpkin. Romo. Das ist ein, äh, ein kleiner netter Seitenhieb auf den Roman Momo, in dem ein gelocktes Mädchen gegen alte Männer kämpft. Also ich hab da ganz andere Quellen. Das stimmt ja auch nicht. Aber du hast mich, du hattest mich so für einen Moment verunsichert. Ja, und was sagt die Quelle wirklich, Jan? Warum heißt der Romo? Keine Ahnung. Warum er Romo heißt? Weil seine Eltern ihn so getauft haben. Nee. Weil er kleben Ronald Moore. Weil Michael Angeli, der das Drehbuch geschrieben hat, ihn nach Ronald Moore genannt hat. Oh mein Gott. Und dazu bekommen sie noch dieses Messer gratis. Wir können ja mal was anderes machen wie sonst. Sondern erst mal ein bisschen über Romo Lämpkin reden. Wir haben ja schon gesagt, der wird gespielt von, ähm... Wir haben ja schon gesagt, der wird gespielt von... Mark Shepard. Mark Shepard, genau. Ähm, wir kennen ihn aus Firefly, wenn wir Firefly kennen. Und da war er Badger. So eine zwielichtige Persönlichkeit, die den Leuten da öfter mal Aufträge gibt. Was hier ziemlich egal ist. Denn hier spielt er einen Anwalt. Und der ist auch noch nie aufgetaucht bisher in der Serie. Weil er Sonnenbrillengleis hat. Wie findet ihr denn diesen Anwalt so? Suspekt. Also, das ist einer der Charaktere, der mir am besten im Gedächtnis geblieben ist. Aus der ganzen Serie. Weil du ihn magst oder weil du ihn nicht magst? Äh, ich... Weil ich ihn auf jeden Fall sehr eindrücklich finde. Also ich mag die Stimme total. Mögen tue ich ihn nicht wirklich. Dazu finde ich... Also ich fände halt Leute albern, die in geschlossenen Räumen mit Sonnenblumen laufen. Und das ist einfach... Das ist nicht cool, sondern das ist albern. Aber ich mag den Charakter und wie er dargestellt wird. Weil das an der Stelle mal wieder einer ist, der... Der ja im Prinzip neu dazu kommt. Und noch auf so eine... So eine erfrischende Art prinzipientreu ist. Auch wenn er moralisch auf andere Weisen ziemlich durch ist, hat er... Ist er einfach noch so ein bisschen unverbraucht und auch unangetastet von den Ereignissen. So das Gegenteil zu Kelly im Prinzip. Den, den die letzten Jahre so total runtergerockt haben. Ja. Ich hab mir aufgeschrieben, der macht einen so unheimlich kompetenten und selbstsicheren Eindruck, dass er sich alles erlauben kann. Ja, er hat halt auch nicht viel Konkurrenz. Wie das Kompetenz angeht. Wir haben ja am Anfang eingespielt vor dem Vorspann, was seine herausragendste Fähigkeit ist. Er hat noch Puls. Ja. Sagt er von sich selbst. Ja, und das sagt er zum Admiral. Aber er macht ja auch so den Eindruck, oder? Dass er total kompetent ist. Durch das, was er sagt. Er scheint ja total belesen zu sein. Er macht zumindest den Eindruck, als wäre er sehr determined, sehr, ihr wisst schon. Zielstrebig. Zielstrebig, genau. Und einfach bereit, das Notwendige zu tun. Und ein bisschen mehr. Und man merkt ja auch im Laufe der Folge, dass er so einige Winkelzüge und Tricks gelernt und aufgeschnappt hat, die er halt zur Manipulation anderer Charaktere und dieses Manipulierende wird ja offen durch die Sonnenbrille, finde ich, visualisiert. Ja, das meinte ich vor allem mit Prinzipien treu, aber halt auch nicht. Also der hat halt seine eigenen Prinzipien und so die gesellschaftlichen Konventionen außenrum kümmern ihn dann, glaube ich, nicht besonders. Genau, genau. Vielleicht ist er auch einfach Neo-Fan. Ja, daran muss ich auf jeden Fall auch denken. Dann hätte er anders reagiert, wenn die Bombe explodiert. So ein Limbo-Stands gemacht. Aber er hat ja auch nicht nur die Sonnenbrille, sondern auch so ein Mantel dann dazu noch. Und eine Tasche. Und eine Katze. Wo eine Katze drin ist und kein Arsenal an Schnellschusswaffen. Die lagen dann drunter. Ja, daneben gegriffen. Also er ist auch, das kommt da in der Folge auch in seinen Interviews heraus, dass er schon sehr manipulativ ist. Das habe ich mir auch drauf geschrieben, als Charaktereigenschaft Manipulator. Ja, das passt ziemlich gut zu dem. Alles, was Lemkin sagt und tut, ist zielgerichtet. Und er scheint ja immer einen Vorsprung vor allen zu haben, mit denen er redet gerade. Ja, der nimmt halt auch als einer der wenigen das Ding ernst, als Verfahren. Das machen ja sonst gar nicht so viele. Nee, weil alle ja schon denken, das Verfahren ist eh schon gelaufen. Ja, klar. In diesem Tribunal. Und er ist der Einzige, der es wahrnimmt. Und es kommt ja auch nachher raus, dass er eben von Lee Adamers Großvater viel gelernt hat. Und derjenige hat ja auch oft Leute vertreten, die unverteidigbar waren quasi. Sagt er nicht sogar selbst irgendwann, mir ist das wichtig und deswegen gewinne ich irgendwie sowas. Ja, als er so eine Diskussion mit Lee hat. Ja, mit Lee, genau. Also da ging es ja aber noch nicht konkret um das Gerichtsverfahren, sondern jetzt erstmal nur um so die Situation zwischen den beiden. Und das war ja so ein Prinzip, was er von seinem Großvater gelernt hat. Wenn eine von beiden Seiten irgendwas will und der anderen ist es egal, dann kriegt natürlich die Seite, die es möchte. Da sagt auch die große gelöschte BSGpedia, dass das eigentlich ein Douglas Adams Zitat sei. Aus einem von den Anhalterbüchern. Er ist noch Kleptomane. Ja. Wie man später erfährt, er hat von allen irgendwas geklaut. Die Brille der Präsidentin. Genau. Ja, aber ja auch so mit Hintergrund. Ja, genau. Und da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist ja fast so Sherlock Holmes schon mäßig, dass er sich irgendwelche Gegenstände von Leuten dann anschaut und interpretiert dann sozusagen die Leute. Wie die, wie die, was war das, die Staatsanwältin, die. Ja, und ja auch Gegenstände, die was aussagen über eine Person. Ja. Ja, die irgendwie komisch läuft. Zumindest... Zumindest... Ein Knopf. Zumindest ist das so in der Serie dargestellt, dass das, was über die Person wirklich aussagt. Ja. Das sind ja auch alles recht charakteristische Gegenstände. Können wir ja aufzählen. Das ist ja Balthas Stift, die Brille der Präsidentin, der Knopf des Admirals und das Bombengerät von Kelly. Hat er sonst noch was? Die Badelatschen, hast du das gesagt? Die Badelatschen? Von der Staatsanwältin. Ja, den Schuh von der Staatsanwältin. Achso, von der... Und worauf dann Apollo sagt, sie kommt nur schleppend voran. Oh Gott. Um bei seinem Spiel... Da wäre sein Vater wieder stolz auf ihn gewesen. Um bei seinem Charakterspiel mitzuspielen, sagt er das doch dann. Da war Lämpchen stolz auf ihn. Ja. Auf seinen... Wenn Lämpchen stolz auf ihn ist, ist es sein Vater ja nicht. Ich finde, ich habe oft während der Folge immer, ja okay, er improvisiert gerade so ein bisschen on the fly, aber dann am Ende, als er sagt, alles läuft nach Plan, denkst du so, ah, okay. Ich habe keine Sekunde gedacht, dass der improvisiert. Ich hatte den Eindruck, der hat alles durchgeplant. Ja, ich hatte aber von vornherein nicht gewusst, dass sein Plan nachher war, den jungen Adama gegen den Großen auszuspielen. Das war mir nicht klar. Ich dachte, es wäre ein willkommenes Nebenresultat seines Vorhabens. Ich glaube, das gehörte schon zu seinem großen Plan dazu. Ja, ja, das habe ich nachher auch gemerkt, aber erst als er es gesagt hat. Ja, gut. Das war das erste Mal, wo ich dankbar war, dass der Bösewicht seinen Plan groß breitgelegt hat. Der ist auch gar nicht böse. Obwohl er ist ja nicht der Bösewicht. Genau. Und er hat nicht mal seine Katze währenddessen gestreichelt. Läuft unter dem Raptor lang. Ist der Bösewicht. Ja, denn er wird ja überhaupt erst der Anwalt. Sollen wir jetzt mal in die Folge einsteigen? Ja. Ich wollte jetzt nur noch mal über den Charakter sprechen, weil ich ihn sehr interessant finde. Aber ich glaube, der ist auch so geschrieben, dass der halt leicht sehr interessant findbar ist, weil der eben so mysteriös geschrieben ist. Aber der ist auch einfach mit einem super Schauspieler besetzt, das muss man auch dazu sagen. Der spielt das einfach so gut runter. Ich weiß nicht, ob das mit jedem Schauspieler funktioniert hätte. Der einzige Schauspieler, der einen besseren Anwalt spielt, ist Jim Carrey. James Bader. James Bader. Ich meine das auch nicht ernst. Okay. Obwohl Jim Carrey auch alles spielen kann, wenn er will. Du meinst jetzt Ace Ventura? Ja, der war Privatdetektiv. Ach so. Außer den Bösewicht bei Sonic. Okay, okay, okay. Back to Battlestar Galactica. To the future. Ja, er wird ja überhaupt erst Anwalt, weil der alte, äh, Balthas alter Anwalt mit einem, mit einem Knall abtritt. Den Fall abtritt. Weil er in Racetracks Raptor mal wieder seine Schuhe ausgezogen hat. Genau. Und weil er ihr dauernd, äh, anzüglich ins Ohr flüstert. Das habe ich echt nicht kapiert. Also Racetrack soll wieder den Anwalt hin und her fliegen, ähm, und regt sich über ihn auf, weil er ihr die ganze Zeit ins Ohr flüstert und seine Schuhe auszieht. Und kurz danach, vor dem Start, explodiert halt irgendwas im hinteren Teil des Raptors und der Anwalt ist tot. Und vorher wird sich noch schön an Deck unterhalten, äh, warum denn überhaupt jetzt ein Anwalt und ein Verfahren notwendig ist. Überhaupt Verfahren, das braucht's doch alles gar nicht. Das hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Nur Kelly sagt, äh, und das ist etwas, was mich in der Folge sauf verwirrt hat, weil sie heißt ja mit Vornamen Kelly und der Deck-Offizier heißt ja mit Nachnamen Kelly. Und als danach hieß Kelly, was, dachte ich, das kann ich doch gar nicht. Das kann ich sagen. Also sie sagt eben, er hat ein Anrecht drauf. Das ist ja immer noch, äh, ja. Immer noch eine Society. Aber Kelly ist doch sogar der zweite Offizier, oder? Das haben wir doch schon öfter mal thematisiert. Kelly ist der zweite Offizier. Ja, das ist ja wieder, im Prinzip geht diese Unterhaltung doch so in die, in die ähnliche Richtung wie hier die, die Streik-Episode. Ja. Ja. Also was braucht es, um eine Gesellschaft zu sein? Über das reine Überleben hinaus. Ja gut, aber diese Frage mit, wie man jetzt mit, äh, Gefangenen umgeht und so, die kommt ja immer wieder bei Battlestar Galactica. Ja. Ob man jetzt foltert oder nicht, oder, oder direkt Luft schleust oder ob die ein Verfahren kriegen, ich finde das jetzt nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal bei einem Menschen. Na ja, aber es ist halt jetzt, aber es geht jetzt nicht um einen Zölun und es geht auch um jemanden, der gar keine, der keine akute Bedrohung darstellt. Ja, und es geht, es geht eben jetzt auch jemanden, der alle beeinflusst hat, dadurch, dass er Präsident auf dem Planeten war und nicht irgendein Mörder eines Schiffes, dessen Einflussbereich eben eine recht kleine Gruppe an Menschen war, sondern eben den Präsidenten von Neu Caprica, der sich für viele Sachen zu verantworten hat, die alle in der Flotte betreffen. Und deswegen, glaube ich, ist die Brisanz ja viel höher des Verfahrens hier. Wobei die ja wahrscheinlich von vornherein einfach gar kein wirkliches Verfahren geplant haben. Das machen die ja nur, damit sie hinterher sagen können, wir haben ihn rechtskräftig verurteilt. Ja, sie wollen ja kein gerechtes Verfahren haben. Nein, sie wollen einfach nur das Verfahren haben. Aber sie bekommen jetzt schon einen Hurricane, genau wie Zarek prophezeit hat. Mhm. Ja. Denn das war nicht der letzte Anschlag. Was? Da, da, da. Aber wie man später noch erfährt, war dieser Anwalt, den man jetzt aber zum, glaube ich, zum ersten Mal sieht, war das der Anwalt, der schon die Seiten von Balthas Buch aus der, aus der Zelle geschmuggelt hat in der Vergangenheit. Ja. Aber er hat jetzt die letzte Seite geschmuggelt. Sein Kapitel ist beendet. Das wird immer ein leeres Sein. Sein Kapitel ist geschrieben. Ja, aber Balter sagt ja auch irgendwie, also mehr als das hat er aber auch nicht gemacht. Ja. Also, der hat halt Seiten rausgeschmuggelt. Ja, der hatte halt auch keinen Bock auf dieses Verfahren, weil er genau wusste, dass es nichts bringt. Oder es ihn vielleicht auch gar nicht interessiert. Das Ende seiner Karriere. Ja, ja, eben. Er machte das, hat das wahrscheinlich nur gemacht, weil er es musste. Ja, er war ja auch das Ende seiner Karriere, so gesagt. Ja, das war ein sehr, sehr plötzliches Ende auch. Boah, es ist halt ein explosiver Fall. Ja, stimmt. Ja, und dann tun Adama und die Präsidentin eben diesen neuen Lämpchen auf. Einsetzen, tun. Machen, haben. Sie tun auf. Ja. Tun sie. Und er tut seine Katze auf, die, äh, die Präsidentin anfaucht. Und er sagt, ja, ich mag sie auch nicht, aber ich behalte sie. Genau. Von seiner Frau, die er auch nicht mochte, die aber nicht mehr lebt. Also muss er jetzt die Katze behalten. Genau. Ja. Das ist so ein Erbe, ne? Ja, quasi. Ich hab mir's, ich hab's ja schon in den Chat geschrieben und, äh, Ben, bitte sag nicht, wenn du jetzt weißt, was es ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass irgendein Mindblowing-Dings mit dieser Katze war. Und ich kann mich, kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Geht das euch auch so? Oder wisst ihr, was mit der Katze war? Die nächste Bombe ist in der Katze versteckt. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Okay. Aber, Ben, du weißt bestimmt irgendwas. Oder gibt's so ein Mindblowing-Ding gar nicht? Du bist, glaub ich, wirklich voll bei Man in Black einfach. Ähm, nee, tatsächlich spielt die Katze überhaupt keine Rolle. Ja. Ist einfach nur eine Katze. Was ich, woran ich mich aber nicht erinnern kann, das hab ich jetzt tatsächlich auch nur in der Wiki nachgelesen, da steht drin, dass er nicht nur eine Katze hatte, sondern dass der Hund, den wir auf Neu Caprica gesehen haben, wo sie immer diesen Napf umgedreht haben, auch sein Hund war. Ja, Jake. Ja, hat er das gesagt in der Folge? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ne, da steht also in der Wikipedia, Lampkin has two pets left. Ja, genau, das hab ich gelesen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass das in der Serie mal gesagt wurde. Ja, Jake's ist auch genau. Da haben die sich bestimmt einfach hinterher so. Würde ich fast auch sagen, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass er das in irgendeinem Dialog mal gesagt hat. Ja, natürlich nicht, der kam ja bisher auch gar nicht vor. Nee, ich mein, auch in dieser Folge. Kam der Hund ja auch nicht vor in dieser Folge, oder? Ja, der ist ja explodiert wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es der Hund von Neu Caprica runtergeschafft hat. Aber wäre schön, wenn er beim Interview mit der Präsidentin gefragt hätte, haben sie eigentlich meinen Hund gesehen? Einmal bellen für ja, zweimal bellen für nein. Aber wie gemein an dem hin. Vermisst du seit Neu Caprica meinen Hund? Haben sie ihn vielleicht gesehen? Er hatte so einen Napf. Der wurde ständig umgedreht. Okay, dann verwechsel ich das vielleicht tatsächlich mit irgendwas anderem. Aber mal sehen, ich habe so einen Déjà-vu-Moment gehabt mit dieser Katze. Vielleicht fällt es mir ein, wenn diese Szene kommt. Du wurdest geplitzt, dingst. Genau, ich wurde geplitzt, geplitzt, dingst. Aber ich habe auch irgendwie einen Eindruck, es soll entweder ein Charakterzug von ihm zeigen, oder soll die Katze als ein Ablenkungsmanöver von seinen kleptomanischen Anfällen sein? Oder was soll ich machen? Er hatte sie einfach eine Deckung genutzt. Missdirektion nennt der Zauberer das ja. Ja, genau. Ja, okay. Ich glaube, ich meine was ganz anderes. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Dass im Halsband der Katze der Weg zur Erde versteckt ist. Nein, ich hatte irgendwas im Kopf. Dann sage ich es halt, wenn es ja eh nicht stimmt. Ich hatte irgendwas im Kopf, dass Apollo irgendwann feststellt, dass diese Katze gar nicht existiert. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Und dann stellt sich raus, die Katze ist Starbuck. Oh mein Gott, so habe ich das noch nie gesehen. Die war so Pussy-Order-Time. Deshalb ist auch der Counter nicht runtergegangen. Weil die Seele von Starbuck hat die Katze. Weil Katzen ein neues Leben haben. Oh, das ist so schlau. Wow. Okay, nee, also sowieso meine ich es nicht. Aber mal gucken, ob noch irgendwas kommt, was mich daran erinnert. Mal sehen. Egal. Es gibt auf jeden Fall diese Katze und sie heißt Jake. Oder so. Nee, Jake war der Hund. Die Katze heißt Lance. Lance. Lance Corporate Katze. Gut. Er hat auch zwei Töchter gehabt. Jennifer und Kate. Ja. Genau. Er wird jetzt auf jeden Fall eingesetzt. Als neuer Anwalt. Und Apollo soll ihn beschützen. Ja. Und da hat Apollo erstmal keinen Bock drauf. Genau. Ja, weil er das ja... Das wollte für ihn nicht mehr fliegen. Ja, weil er das ja völlig zu Recht einfach nur als Maßnahme von seinem Vater empfindet, um ihn aus dem Cockpit rauszukriegen, weil er sich schwer damit tut, zu akzeptieren, dass Starbuck nicht mehr da ist und geistig nicht so richtig auf der Höhe ist. Merkt man ja da. Als es so eine kurze, kurze Besprechung mit den Piloten gibt, dass er ein bisschen fahrig ist und Details durcheinander schmeißt. Und die, und Racetrack glaube ich dann Starbuck nennt oder sowas. Ja, zum Beispiel und irgendwie Sektorennummern durch. Also er ist einfach nicht so richtig, nicht so richtig bei sich. Sein Vater beschließt dann, ja und es gibt er ja auch, gibt er ja auch eigentlich zu. Ja, er sagt ja, er hat sozusagen jetzt Angst, noch jemanden zu verlieren. Ja, und du machst jetzt mal eine kleine Pause und wenn du wieder soweit bist, dann kannst du wieder zurück. Und ich weiß, dass du damit nicht abgeschlossen hast, weil ich hab's ja auch noch nicht. Genau. Es gibt noch so eine Szene, die ganz am Anfang, die ist nicht so wichtig. Ich sag's jetzt trotzdem. Ich hab an sie gedacht. Ja, da ist Samuel Anders fällt von der Viper. Von der Viper, ja. Ja, er wirft eine Münze hoch und da bin ich sehr beeindruckt, dass er da das Gleichgewicht halten kann, weil wenn du stockbesoffen bist und nach oben guckst, dann landest du so schnell auf dem Arsch. Ich sag's mal so, ich hab schon allgemein überzeugend der Leute betrunken Spielen sehen als den jetzt. Den Affen in die Wüste lebt, der diese vergurtene Früchte frisst. Ja. Ach siehste, das kennst du, dafür bist du nicht zu jung. Aha. Natürlich nicht, das ist Disney, Mann. Ja, aber warst du von 1955 oder so. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Filme kann man mehr als einmal abspielen. Ah, und Sprichwörter gehen verloren. Ja, Sprichwörter gehen tatsächlich verloren. Apropos. Als Kind keine Sprichwortbücher gehabt. Es gibt ja das Sprichwort, dass Kinder und Betrunkene sich nicht verletzen. Auch dieses Sprichwort scheint falsch zu sein. Kennst du das etwa auch nicht? Nein, die sagen die Wahrheit. Ja, aber dann, hier Enders hat sich verletzt. Was Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit? Nein, aber das Sprichwort, das Sprichwort, ja, so kenn ich das. Ja. Wie kennst du das? Das heißt, Betrunkene und Kinder verletzen die Wahrheit. Das ist ein anderes Sprichwort. Ja, natürlich ist es ein anderes Sprichwort. Die Wahrheit liegt im Innern der Kinder. Im Mittelpunkt des Betrachters. Nein, im... Das läuft ja heute. Nein, das, was ich meine, ist, dass Betrunkene und Kinder sich nicht verletzen, wenn sie hinfallen. Genau. Ja, ich habe genug Betrunkene gesehen, die gestürzt sind, um zu sagen, nein. Also, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe auch genug Betrunkene Kinder gesehen, die ihm gefallen sind. Okay, auf jeden Fall wollte ich auch nur sagen, wenn es dieses Sprichwort gibt, habe ich nicht für alle Zuhörer. Es stimmt nicht, weil Phil hat sich verletzt. Also, Google macht das nicht, wenn ich das eintippe. Gut, Mist, dass ich dir das eben beigebracht habe, verdammt. Samuel Enders hat sich auch verletzt. Genau, Enders hat sich auch verletzt. Läuft nämlich nachher auf den Rücken darum. Ja, der Arme. Ja. Und der schießt. Und dann ist er halt irgendwie auf einmal ganz, ganz klein. Lee Adama wird ja auch geholt, um ihn von der Viper runterzuholen. Ja, genau. Das zeigt so Enders Schmerz und dann sieht man auch noch Adamas Schmerz, der sich nämlich die ganzen Verweise und auch Lob, wie nennt man das? Was ist das Gegenteil von Verweis? Kein Verweis? Lob, 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 Lobigungen anschaut, die Starbucks so bekommen hat. Aber ich glaube, hauptsächlich hat sie wirklich Disziplinar-Verfahren gesammelt, oder? Ja, es gab auch irgendwie so Auszeichnungen. Ja, halt so wegen besonderer Tapferkeit waren da irgendwelche Auszeichnungen und aber halt auch irgendwie Angriffe auf Vorgesetzte und Respektlosigkeiten. TIE, 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 genau. Einen ganzen TIE-Folder. Genau, und da kommt dann eben auch diese lustige Grußkarte vor, die du Jan eben schon ansprachst, weil sie geschrieben hat, ich hab mich immer wie deine Tochter gefühlt, dann klappt er sie auf und dann hat sie so einen Schnurrbart wie er und seine runde Brille auf. Und da drüber steht, see the resemblance. Genau, das fand ich sehr lustig, da hab ich sehr gelacht. Genau wie der alte Mann. Ja. Und da hat er geweint. Da ist es, genau. Füttern wir mal den Serien-Sendung-Kanal. Genau. Ja, und als der alte Mann aus seiner Trauersitzung zurück ins CIC kommt, wird ihm direkt aufgebunden, dass er jetzt einer der fünf Richter im Balthas-Tribunal ist. Ja. Du hast die Lotterie gewonnen, sagt TIE. Und dir gehört ein Fünftel von Balthas-Skinny-S. Der einzig andere, von dem man weiß, ist Captain Elias Mika, der Kapitän der Gideon. Ja, und ich glaub, der Kapitän der Prometheus war auch noch dabei, was ja dieses Schwarzmarktschiff war. Hat man? Ja, aber das sind die einzigen, oder das ist der einzige Name, den man so wirklich in die Kamera gehalten gesehen hat. Ach so, nee, Gideon war das Schiff. Okay. Aber egal. Jetzt trifft Apollo zum ersten Mal auf Lempkin in seinem Büro. Ja. In seinem Büro. In seiner Wohnung. In seiner neuen Büro. Ah, das stimmt. Deswegen, ja, Lempkin wollte nämlich einen Raum haben, von dem er relativ sicher sein kann, dass der nicht abgehört wird. Ja. Deswegen haben sie sich für sein Quartier entschieden. Ach, war das Apollos-Quartier? Das war Apollos. Genau. Ich dachte, er wollte nur, ich dachte, er, ich dachte, das wäre Lempkins-Quartier. Ja, für den, für den, für die Unterhaltung mit, 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 mit Balta. Balta. Balta sind sie in Elias-Quartier. Genau, aber das war, wo sie am Anfang drin waren. Ach so, ja, nee, da sind sie beim Anwalt, ja, ja, genau. Die war auch ganz gut ausgestattet, mit dicken Ledersesseln, wie. Ja, hätte ich mir auch geben lassen, wenn ich so einen Quatsch machen muss. Genau. Aber hatte keine Fenster. Ja. Wieso einige? Wieso quasi alle Quartiere? Ja, eigentlich alle. Bis auch vielleicht so eine Luftschleuse. Nur von der, äh, das ist auch ein Quartier, ein kleines Quartier. Die Präsidentin hat Fenster. Oh ja, stimmt. Die ist aber auch nicht auf der Galaktika. Naja, die Galaktika hat gar keine Fenster, oder? Das wäre auch nur ein Lachläuter. Doch, die hat dieses Panorama-Ding, wo alle... Ja, diesen Aussichtspunkt. Wo Billy immer noch drin sitzt. So drauf, ich habe mir die Leiche da reingesetzt. Auf die wartet. Oh, die geht da immer wieder hin. Jeden Dienstag wird mit der Leiche gekuschelt. So ein Skelett. Oh Mann. Oh, was ist denn Billy? Oh, wir können auch sagen, dass Lee abgesetzt wurde als Keg, weil er zu wem? Zu Racetrack? Starbuck sagte? Ich weiß nicht mehr zu wem. Naja, eigentlich hauptsächlich, weil das, was eben Phil erzählt hat. Weil er da mal ihn weghaben will. Ja, genau, aus Schmerz. Aber das zeigt eben auch noch, was er selber das auch noch nicht verarbeiten kann. Genau. Und das macht jetzt Hilo. Hilo ist the Keg. Der ja eigentlich... Hilo ist auch irgendwie so das Einwechsel-Crew-Mitglied, oder? Hilo ist halt verlässlich. Ja. Hilo ist die solide Ersatzbank. Ja, genau, den kannst du überall hinstellen. Der kann auch auf der Brücke aushelfen, oder auf dem Krankendeck. Ja, du hast recht, Ben, dass er eigentlich kein Raptor-Pilot ist. Doch, Raptor-Pilot, ja, aber kein Viper-Pilot. Kein Viper-Pilot ist, genau. Ich habe gelesen, und Jan wahrscheinlich auch, in dieser Battlestar-Wikipedia, dass es durchaus den Traditionen, oder dass das normal wäre, im amerikanischen Militär, dass ein Keg überhaupt kein Pilot sein musste. Also, das kann auch irgendwie... Gut, aber man hat doch Apollo jetzt... Also, nein, nicht Apollo. Hilo, der ist ja schon lange Pilot. Ja, aber er hat keinen Viper-Pilot. Ja, aber er fliegt quasi in Frachter, und jetzt wird er Jäger-Kommandant. Ja. Aber da sitzen doch nicht nur Viper-Piloten mit dem Briefing immer, oder? Das stimmt. Nee, nee, klar, aber er muss ja jetzt quasi auch die Pläne für die Viper-Piloten machen. Ja, ach ja, ja, ja. Ihr fliegt in der Formation. Der redet mal so, hier macht der links-rechts. Genau, und sprecht euch gut mit eurem Setzüber-Offizier ab. Wenn das los ist, dann sagt er Bescheid, ne? Ja, ja, ihr macht das schon. Das kann der schon... Das kann der schon... Wie sagt man denn? Ihr sprecht euch immer gut mit eurem Co-Piloten ab. Ja, aber Viper fliegen allein. Ja, er wird halt schon nicht selber rausfliegen. Genau. Und das habe ich halt gelesen, dass das durchaus üblich sei. Ja, da steht ja, kann auch alles sein. Electronic Countermeasures Officer. Was auch immer das ist. Elektronische Gegenmaßnahmen. Wenn du das auf eine Art und Weise machst, dass die Leute halt den Mund aufmachen, wenn du irgendwas nicht berücksichtigst, dann ist ja tatsächlich jetzt das relativ wenig entscheidend, ob du so ein Ding fliegen kannst. Ja, ja, das stimmt. Das kommt halt immer drauf an, ob die Leute sich vorgesetzt gegenüber... Musst du halt organisieren können. Und so Details, dafür gibt es deine Untergebenen. Der kann das schon machen. Der macht das schon gut, der Mann. Ich bin ein großer Freund von Delegieren als Vorgesetzter. Und Cat haben wir ja leider nicht mehr zur Verfügung. Wie bitte? Sorry. Keine Angst, Ben. Die ist ja tatsächlich noch mal prominent im Bild. Stimmt, die war ja doch in der Folge zu sehen. Ja, dann hätte sie auch keck werden können. Als Bild meinst du, im Bild. Ja, weil ja Lee sich an einen Starbucks-Wunsch hält und sie neben Cat ab... Das wollte er am Anfang, wollte er das schon machen, oder? Aber dann hängt er das Foto ja noch nicht auf. Er trägt das Bild eine ganze Weile mit sich rum, so lange bis ihn... Bis ihn hier... Ich kann mir seinen Namen nicht... Lampkin. Lampkin. Nicht beklaut. Darauf genau sagt. Schönes Foto haben sie da. Und dann wird das doch los. Keine Angst übrigens, Ben. Jan wurde schon in der letzten Folge aufgeklärt, als du nicht da warst. Und das war sehr schön. Bezüglich Cat, ja. Dann muss man das so anhören, sobald es da ist. Immer wieder. Ich mach das dann als Klingelton. Gespielt habt ihr mich. Gespielt, wie Romo Lampkin. You played me like a violin. Ja, das ist, glaube ich, Joker, was du jetzt zitierst, oder? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich. Das ist der berühmte Joker-Satz aus dem Batman-Film, glaube ich. Naja, vergesst es. Ihr kennt euch da nicht aus. Ich kann keine Violine spielen. Ja. Du bist ja auch nicht Joker. 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 Das stimmt. Gut. Erstes Verhör. Was heißt bisher kein Verhör, sondern ein Gespräch mit seinem Klienten. Zwischen Lampkin und Walter. Ja. Der in einer Schusssicherung Weste in Lees Quartier gebracht wird. Ist mir gar nicht auf. Sehr umsichtig. Okay. Na, ihr trägt das schon über seiner Gefangenenkluft. Die wird ihm dann abgenommen. Okay. Und Lee ist tatsächlich bei dem Gespräch dabei in dem Raum. Genau, aber er hat aber einen Vertrag unterschrieben. Das ist typisch Anwalt. Verstehenheitsklausel, ja. Finde ich interessant. Ja. Ich krieg dich, wenn du redest. Ja, weil da... Wirst du bis zum Ende deines Lebens zahlen. Da weiß der Lampkin ja auch schon, dass Lee sich dran halten wird, denke ich. Ja, das stimmt. Ja, der kennt seine Geschichte. Der weiß den Hintergrund, dass er der Enkel dieses famosen Anwalts war. Ja, aber Walter nimmt das immer noch gar nicht ernst. Denkt, ah, der ist der Nächste in der Reihenfolge und schreibt einfach weiter fleißig an sein Manifest. Ich glaube, er geht auch davon aus, dass das Ganze quasi nur eine Farce ist und dass das Ergebnis schon feststeht. Und er will dann aber, dass Lampkin mit Six redet. Weil Six könnte ihn nämlich belasten. Das ist ihm das Wichtige. Six ist ihm eigentlich scheißegal, sondern er sagt, Six weiß irgendwie alles, kann mich belasten. Und Lampkin sagt das dann gegenüber Six ein wenig anders. Ja. Er sagt, irgendwer denkt die ganze Zeit an sie. Was ja nicht falsch ist. Ja. Nur die Gedanken sind vielleicht etwas anders. Ja. Und gibt ihm dann den Stift, den er von Walter geklaut hat. Gibt ihr dann den Stift, den er von Walter geklaut hat. Man sieht ja auch vorher, wie Walter den Stift verzweifelt sucht in seiner Stelle. Ja. Und erzählt ihr dann so eine Geschichte, so eine rührende, dass Walter ihr den Stift hat zukommen lassen. Weil das genau, das wäre das Einzige, was ihn mit der Außenwelt verbindet. Und das würde er ihr zukommen lassen, so als Liebesbeweis. Ja. Also er spielt schon sehr gut mit den Leuten, muss man ja wirklich sagen. Und dann nimmt er auch noch seine Brille ab dabei. Oh ja. Richtig hot. Und er hat ganz normale Augen. Das ist ja auch nicht ganz, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, die Präsidentin gibt da noch so einen Kommentar. Die guckt nämlich zu bei dem Verhör mit SIX. Die sagt dann noch irgendwie so ein, ich glaube gerade ist eine Welt eingestürzt oder sowas, sagt sie noch. Unsere Welt ein bisschen zusammengestürzt. Denn, ähm. Meinte sie, weil der so gut ist oder was meint der? Nee, weil die beiden reden, also denke ich, die beiden reden ja über Liebe. Ja. Und er fragt ja, sagt mir, tut deine Liebe, also ich habe es auf Englisch geguckt, aber so grob übersetzt, schmerzt deine Liebe genauso sehr wie meine? Und dann sagt sie, ja, tut sie. Und ich glaube, das kauft die Präsidentin ihr sogar ab. Und, äh. Ne, dass die, die diese Wesen Liebe empfinden können. Ja. Und währenddessen sucht der Admiral im Hintergrund abwesend nach seinem Knopf. So wie Bilbo. Ich finde es schön, wie sie das alles in den Hintergrund eingebaut hat. Die Brille muss er ihr ja dann schon geklaut haben bei dem ersten Gespräch eigentlich. Als er die Katze rausgeholt hat. Ja. Ach da, okay. Also gehe ich mal von außen. Ja, die Katze war, war, ist ja wirklich gut, um Leute abzulenken. Ja. Meint ihr, er hat die Katze dann auch dafür benutzt, um auf die Bombe aufmerksam zu machen? Ja. Sprengstoffe, Schnüffel. Denn die beiden wollen ja, wohin wollen die fliegen? Irgendwohin. Zu Hause? Zu Colonial One, glaube ich. Wegen den Akten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, okay. Kann sein. Aber wir wollen auf jeden Fall runter von der Galactica. Anwalt, äh. Akteneinsicht. Äh, Adama und Athena. Die drei A's. Ja. Das A-Team. Das A-Team. Oh, wow. Und, ähm. Okay, der war. Und setzen sich dann gegen Kelly durch, denn, äh, der hat ja eigentlich Order, den ehemaligen Keg nicht von Bord zu lassen. Mhm. Ja. Oh, Wunder, oh Wunder, warum lässt er das wohl zu? Und dann plötzlich findet, sieht der Chief diese Katze und die verzieht sich unter den Raptor und der Chief krabbelt runter und findet eine Bombe. Mhm. Die man vorher übrigens, äh, in ihrem Entstehungsprozess gesehen hat. In irgendeiner Szene hat man nur, äh, behandschuhte Hände gesehen, die eine Bombe zusammen schustern. Krass, das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Was? Ja. Echt? Dieses Mal muss man aber nicht... Das war eine richtige Szene. Ja. Es ist schön, dass du das sagst, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Szene gesehen hätte. Hast du wieder Twitter gecheckt? Hast du ja wahrscheinlich gerade Gedanken über bedeutungsvolle Sprichwörter gemacht. Bestimmt. Englische Sprichwörter. Ja, in der letzten Szene, also äh, letzten Szene, in der letzten Folge konnte man ja wirklich übersehen, diesen, äh, Geistschämen der Mutter im Cockpit. Aber das jetzt, das war schon... Und deswegen hab ich wahrscheinlich auch hinterher nicht sofort erkannt, was, warum Apollo sofort erkannt hat, was dieses eine Metallteil ist. Weil ich das vorher wahrscheinlich noch nicht gesehen hatte und ihr schon, oder? Ja. Ja, Apollo hat's ja auch gesehen. Nö, ich hab's ehrlich gesagt nur an seinem Gesichtsausdruck erkannt. Dann hat's also gar nichts gebracht, dass ich die Szene nicht gesehen habe. Nee, nein. Das war nicht relevant. Relevant ist ja, wenn Chief Tyrrell den anderen Crewmitgliedern und so weiter die Teile der entschärften Bombe präsentiert. Mhm. Und da sieht man ja auch diese... Wissen Sie, dass einer von ihnen der Verräter ist? Was auch immer das ist. Das sind halt Military-Grade-Sachen, glaub ich, die man da verbaut hat. Na, okay, Sprengstoff ist meistens Military-Grade, aber es ist halt so Plastik-Sprengstoff. Diese Szene, wo die Katze aus der Tür gesprungen ist, wurde übrigens in schnellerer Geschwindigkeit abgespielt, weil sie's nicht geschafft haben, dass die Katze rennt. Sie ist da immer irgendwie so... Das ist so geil. Katzen machen einfach nur, worauf sie Bock haben. Rausgegangen, genau. Und dann faltet Adama Apollo zusammen. Hm. Mit Hut. Mit Hut und im Hintergrund sieht man die ganze Zeit seit kaputtenes Schiff auf dem Schrank stehen. Das hab ich gesehen. Ja, stimmt. Das hat er da wieder so halbfertig hingestellt. Zusammengeklappten Masten so irgendwie. Und dann, ähm, gibt's so einen Streit zwischen den beiden wieder, den Apollo gewinnt. Mit Betonung auf Wieder. Ja. Den Apollo gewinnt. Ohne dass Adama's ihm sagt, weil es geht ja wieder darum, dass Adama jetzt doch wieder will, dass Apollo wieder Keck wird. Und offensichtlich hat er ihn auch schon wieder aufs Board genommen, vorher. Denn hinterher sagt er, nehm ihn wieder runter. Ähm, und Apollo will jetzt, als hat Apollo aber Blut geleckt und will, will weitermachen. Ja. Also Apollo will jetzt eigentlich. Er sagt halt so schön, is that an order? Genau. Und das hat beantwortet, äh, der alte Mann nicht mit einem Ja, um eben professionell zu werden. I'm done giving you orders. Und damit, äh. Lässt er ihn da sitzen. Und dann sagt er zu Teil. Ja, hat quasi. Ja. Sagt er zu Teil, nehm ihn wieder runter. Und da ist das, ist das jetzt professionell, ist das unprofessionell? Weil eigentlich finde ich es ja schon sehr professionell, dass er den Zorn als Vater jetzt nicht als Admiral ausspielt, dass er eben nicht seinen, seinen, ähm, den Dienstrang in deren beiden professionellen Leben benutzt, um seinem eigenen Sohn ein Befehl zu geben. Auf der anderen Seite kann man es ja so auslegen, dass er ihm als Admiral befiehlt, äh, Captain, sie sind jetzt wieder, ähm, Keg und sich der Keg unprofessionell verhält. Oder es verhalten sich einfach beide? Also ich glaube, hier verhält sich hauptsächlich Apollo unprofessionell, weil der ja immer diese, äh, so eine pubertäre Art drauf hat, hab ich das Gefühl. Also ich bin da eher immer auf Seite von Adama. Er hätte ruhig mal einen Gürtel rausholen können. Flatsch! Is that an order? Oh no, not the belt! Not again! Also ich wäre hier schon eher auf Seite von Adama. Andererseits macht ja jetzt Apollo genau das, was Adama vor zwei Folgen wollte. Er hat ihm ja sogar diese Gesetzbücher geschickt. Ja. Vom Grossfather. Und da wollte es Apollo nicht und jetzt will es Apollo und jetzt will es Adama nicht mehr. Also es ist schon immer so ein bisschen Hund und Katz. Nein, verdammt. Katz und Maus. Ja, so sagt man das. Moment, ich geb's mal bei Google ein. Ein berühmtes Sprichwort. Ja, gib mal Hund und ein. Hunde und Katzen nach Athen drauf. Besser ein Hund in der Hand als eine Katze auf dem Dach. Hund und Katz. Wenn du Hund und ein gibst, kommt Katz. Verrückt. Krasser Scheiß. Und ich wette, wenn du Katz und ein gibst, kommt Maus. Katz und Maus. Ha, siehste mal. Schön. Tim lernt Google. Ich bin nämlich der Sprichwortmeister. Ich bin der Thor-Wächter. Nur ein Meister des Bösen, Tim. Jetzt bin ich der Meister. Genau. Ja. So schön, wenn du dich mit einem Sprichwort Kampfbesieger bekämpfst. Ja. Wie bei Magiearen. Du kämpfst wie eine Kuh. Dann nehmen wir runter vom Board. Ausgezeichnet. Du kämpfst wie ein Bauer. Du kämpfst wie ein sagitarischer Bauer. Rassismus. Boah. Tim. Ich bin mit dem neuen Monkey Island dann. Alles aufgestrichen. Du kämpfst wie ein Piep. Ausgezeichnet. Du kämpfst wie ein Piep. Benutze Gummihuhn mit Seil. Ob das Gummihuhn dem zugestimmt hat. Da müssen wir erst mal gucken. Aber vielleicht ist das Gummihuhn ja vegetarisch. Wahrscheinlich. Denn es wurde aus Erdöl gemacht. Ja und Erdöl kann schon vegetarisch sein. Ich werfe gerade meine Arme verzweifelt in die Luft. Muss denn unbedingt Erdöl tierisch sein? Es kann ja auch aus Bäumen sein. Nein. Nicht? Nein. Das Kerogen ist ein völlig anderes. Kohle. Usilien. Meist aus pflanzlichen. Okay, kommen wir zurück zu Spielworten. Okay. Ein Themenfeld, in dem ich mich... Leg dich nicht mit einem Bio-Wissenschaftler an. Jung. Gut, gut, gut. Also kein vegetarisches Gummihuhn. Es gibt doch Kautschuk. Mikro-Dilettanten. Kautschuk. Warte jetzt auf, Tim. Hast du das schon gehört? Kautschuk. Was? Bitte? Hast du schon die neue Folge Mikro-Dilettanten gehört? Ja, aber die waren eher auf meiner Seite. Ja, genau. Ja, Kautschuk. Also ein Kautschuk-Gummihuhn. Mikro... Wie sieht sie? Ja, warten wir jetzt auf Jan, oder? Ja, ich bin dabei. Ich kann gerade nur an Dinosaurier denken. Okay. Aber ich dachte, jetzt mach mal jemand anderes weiter. Ich hab keine Ahnung, wo wir waren. Ja, wir waren bei dem Streit zwischen den beiden Vätern und Söhnen. Ja, der war doch schon vorbei. Der war vorbei. Cool. Deswegen sind wir jetzt danach. Dann sind wir jetzt danach. Will wollte ja wissen, wo wir waren, nicht wo wir sind. Ja, ich hab die Frage nicht ganz optimal formuliert. Naja, danach kommt ja eigentlich dieser, der zweite Anschlagsversuch. Das heißt, sie sind jetzt wieder in Lempkins Büro. Und da geht's nochmal um das Thema, ja, da geht's eigentlich um Apollo und Lempkin versucht, ihn halt immer so ein bisschen sublim zu bearbeiten. Nennt man das so? Unterschwellig halt. Unterschwellig für sich zu gewinnen. Das ist ja so eigentlich... Unterschwellig. Schwellig. Und super schwellig. Super schwellig. Das sind ja eigentlich immer so die Gespräche, die die beiden führen. Ja. Und dann sagt irgendwann Lempkin, ich geh kacken. Das sagt der wirklich. Und dann geht er raus und will kacken. Aber vorher kriegt er noch irgendwie so einen Aktenkoffer überreicht, denn der ist endlich eingetroffen, weil die Präsidentin, Apollo war ja vorher schon einmal da und sie haben ihn nicht gefunden, den Aktenkoffer oder die Akten. Jetzt haben sie ihn, haben sie sie geschickt. Und dann, achso, Lempkin wird dann noch von so zwei Marines bewacht, die dann sich erstmal auf den Aktenkoffer stürzen, da ist aber keine Bombe drin. Und dann fällt dem einen Marine noch auf, auf dem Boden liegt so eine Schraube und die ist offensichtlich von dem... Koffer. Nee, nicht vom Koffer, sondern von dem Kürfeld, von dem Toadfeld an der Tür. Genau. Da ist nämlich eine Schraube locker oder fehlt. Und dann schließt er, dass das Türfeld vielleicht manipuliert wurde, was auch richtig ist. Er schubst dann Lempkin noch zur Seite und stirbt selbst, was man, glaube ich, gar nicht erfährt. Und er hat den zweitbesten Sicherheitscode aller Zeiten. Denn er ist? 1, 2, 3, 4, 5. Er hat nicht viermal die Null, sondern er hat 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Die 5 scheidet völlig aus. Aber das war ja jetzt nicht hier, oder? Achso doch, er wollte das jetzt wieder in seine... In sein... Der wollte jetzt nicht mit auf den Klo nehmen. Er wollte in sein Quartier. Genau, er wollte wieder rein. Was ein schönes Detail in der Szene ist, dass Figursky bringt ja die Box, also mit den Akten dahin und sagt, als sie das noch durchsuchen, Captain Kelly hat das schon gerönscht, da war ich dabei. Genau. Zu sagen, ah, der Käpt'n, der geht... Der zweite Offizier, der macht seine Arbeit nach... Sagen wir so, hätte er einfach die Bombe in den Koffer gepackt, wäre es... Jetzt funktioniert die ja doppelt. Sie haben ihn ja aufgemacht. Ich glaube, das hätte trotzdem dann schön Gesichter weggefasst. Das wäre dann der Moment für die Bombe. Sie hätten eine Booby Trap benutzen können. Das kleben Plastikbrüste, ja. Aber aus Kautschuk. Oh nein, nicht die Boobies. Oh Mann. Ihr seid so albern heute. Bitte? Nur ihr. Ja, weil Mario nicht da ist. Hast du nicht ein Sprichwort dazu, Tim? Ich hab... Nur der alberne Wurm fängt... Nein. Wie Konfuzius schon sagte, lieber eine Stumme auf dem Dach. Ach, Quatsch. Das war auch wieder falsch. Ja, das ist richtig. Als eine Schwalbe im Bett. Eine Schwalbe vor allem. Gut. Ja, und dann stirbt dieser Marin. Das erfährt man, glaube ich, nicht. Aber er ist tot. So wie das aussah, hat er das noch nicht überlebt. Naja, man weiß es ja nicht. Siehst du? Wieso, die tragen doch alle viel Körperpanzerung und so groß war die Explosion jetzt auch nicht. Aber es steht in den Jedi-Archiven. Falls das denn stimmt. Ja. Da haben wir ja heute auch schon durchaus Varianten entdeckt, die nicht gestimmt haben. Dann reden wir schnell über jemand anderen. Ja. Aber, ähm... Ich hab mir aufgeschrieben, der wurde... Bevor wir schnell über jemand anderen reden, ich hab mir aufgeschrieben, er wurde mit Namen genannt und der Marine hieß Henry Chadl und er starb, als er Lampkin rettete. Hab ich so gelesen. Aha. Hast du wieder gelesen, um die Folge zu gucken. Ich hätte jetzt irgendeinen Namen sagen können. Henry, Henry. Gut. Aber ist ja nicht so, dass Lampkin nichts passiert, weil er kriegt ja schon ein bisschen was ab, weil er liegt ja da, oder liegt, sitzt, keine Ahnung, danach ja auch in der Krankenstation. Ja. Und dann kommt auch raus, dass er diese ganzen Sachen geklaut hat. Ja. Weil Adama ihm diesen Seesack bringt, wo die ganzen Sachen drin sind. Aber die Katze nicht. Nee. Hat nicht die Katze aus dem Sack gelassen. Sprichwort. Heyo! Okay. Und, ähm, genau, die Sachen haben wir eben ja schon besprochen, ganz am Anfang. Ja, die hatten wir alle schon, das stimmt, genau. Und auch hier geht's eigentlich wiederum in dem Gespräch so darum, Apollo weiter um den Finger zu wickeln, oder? Ja, wobei, ähm, Adama findet ja auch ein Teil in dem Köfferchen, also in dieser Tasche, ähm, das anscheinend nur von dem Attentäter stammt. Genau. Das ist so ein Magnetring. Genau. Und, äh, ja. Lemkin sagt dann im Off, also wir sehen und hören es, glaube ich, nicht, wer es war. Und Adama besucht den guten Mann dann. Und Kelly gibt alles zu. Genau. Er sagt ja dann auch, dass wenn sie ihn jetzt nicht aufhalten, einsperren, was auch immer, dann würde er immer weitermachen. Ja. Und was jetzt letztendlich mit ihm passiert, erfahren wir aber nicht. Nee. Nicht in dieser Folge. Ja. Cool. Fertig. Nächstes Problem. Wir haben den Attentäter. Noch mehr. Genau, und jetzt, wo, wo quasi die Gefahr gebannt ist, ähm, möchte der alte Mann seinen Sohn wieder als Keck einstellen. Weil es gibt ja jetzt quasi keinen Grund mehr, ähm, den Anwalt zu beschützen, aber, ähm, Lee möchte, äh, Lemkin eben weiter helfen. Nicht im Sinne von, als sein Sicherheitshannis, sondern mehr so als sein Attaché, der ihm bei der Arbeit hilft. Das findet der alte Mann nicht so gut. Nicht so richtig, nee. Weil hier Dr. Balter verteidigen war eigentlich nie Sinn dieser ganzen Sache. Mhm. Es ging ja nur dazu, äh, ja, ging ja nur darum, dass man den Schein wahrt, dass man eben ein, ein, ja, ein sauberes Tribunal eben abhalten kann. Wo der, der Angeklagte eben auch die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Aber nicht so gut wie jetzt. Ja, ist aber egal, weil er macht das trotzdem. Äh, äh, Will, willst du noch, wolltest du noch mal sagen, worauf das Erdöl besteht? Ich? Nein, sorry. aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen. Aus unseren abgebrennten Plankton und also der größte Anteil davon. Natürlich auch anderen Lebewesen. Aber Algen, gut, machen ja den größten Teil dieser Biomasse aus. Und ich habe mich gerade gefragt, also es gibt ja Phytoplankton, das sind glaube ich Algen. Natürlich. Die Photosynthese betreiben und dann gibt es aber eben noch den ganzen anderen kleinen. Die zu voll sind für Photosynthese. Ja. Also Algen sind der größte Anteil. Okay. Also doch, haben wir das auch geklärt. Ein Gummihuhn, das vegetarisch ist. Naja, es ist nicht wirklich vegetarisch. Es kann Spuren von Dinosauriern enthalten. Kohle, ja okay, Kohle auch, aber Kohle wird aus höher klassischen, höher entwickelten Landpflanzen. Äh, entsteht's. Gut, gut. Dann zurück zu Battlestar Galactica. Ich finde das wichtig, dass wir das klarstellen. Ja, Jan hat es in den letzten fünf Minuten, es war wegen, weil es so schweigsam hat, er nachrecheriert. Wir haben ja auch einen geschehen, der Anspruch hier. Gerade heute. Das habe ich wirklich. Weil ich habe dann erst mal mich lange reingegoogelt, und wozu zählen Algen? Da hast du die lange reingearbeitet. Da habe ich mich die letzten zehn Minuten reingearbeitet. Ich google jetzt mal, sind Algen Pflanzen. Ja, und kriegst du da ein Ja heraus? Okay, BOLK.de Nein, also Spektrum der Wissenschaft sagt ganz eindeutig, Algen sind Pflanzen. Algen, Lexikon der Biologie. Zumindest in dem Vorschau-Text in der Suchmaschine. Gut, gut, gut. Was war denn noch mal die letzte Szene in der Episode? Das war doch noch so ein bisschen interessant. Ja, Balter. Balter den Stift bekommt. Ja, und diesen kleinen Brief von seinem Anwalt. Ja, in dem steht, es läuft alles nach Plan. Was auch immer der Plan ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Balter den kennt. They have a plan. Das glaube ich auch nicht, dass Balter weiß. Und ich glaube, was das jetzt so richtig bedeuten soll, was da steht, aber naja. Ich wollte ihm einfach Feedback geben, dass er auf einem guten Weg ist. Okay. Mein Anwalt macht zumindest irgendwas. Genau. Ja, und dann sind wir durch mit der Folge, über die wir jetzt wieder sehr lange geredet haben, weil wir sehr viele Albernheiten. Sprichwörter eingebaut haben. Sehr viele Algen. Albernheiten. Algenheiten eingebaut hatten. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Was ich erstaunlich finde, möchte ich gerne noch einwerfen. Wie hat dir denn die Folge gefallen? In dem Wikipedia-Artikel mit drin steht, dass Trisha Helfer diese Episode als ihre Emmy-Episode eingereicht hat. Dabei ist die so kurz zu sehen. Man muss das selbst einreichen. Eingereicht? Ja. Echt? Ja, ja. Das ist ein bisschen traurig. Du kannst selber aus deinem, ja, die, die siehst nicht einfach alles. Also du, du kannst dich da praktisch drum bewerben. Du kannst sagen, hier, da hab ich ganz außergewöhnlich gut geschauspielert. Gucken sie doch mal diese drei Sekunden. Ja. Und, ähm, sie hat's nicht gewonnen. Keine Ahnung. Ja. Wenn sie's jetzt gewonnen hätte, dann? Dann wüssten wir's. Nee, dann, äh, wär's ja durchaus seltsam. Phil, wie fandest du denn die Folge? Das sag ich gleich. Ich recherchiere jetzt noch kurz, werd'n Emmy bekommen. Ah, sehr gut. War übrigens grad ein Fun-Fact, was du uns da präsentiert hast. Ja, war gut, ne? Mhm. Dankeschön. Danke. Der war, der war wirklich fun. Ja, richtig fun. Es wird dunkel. In der Schweiz auch, oder ist das da noch weiter im Westen? Hat's Deutschland gesehen? Ist es eher weiter im Süden. Aber es wird's da jetzt auch dunkel schon? Ja. Ja. Aber gerade ist es noch recht hell draußen. Also hier ist noch hell. Ja, hier ist auch noch hell, aber im Raum wird's schon dunkel. Hier geht niemals die Sonne unter. Ach, sie kam nicht mal unter die offiziell nominiert. Okay, dann passt das ja zu deinem Fun-Fact. Ja, also ich meine, ich fand jetzt diese zwei Minuten auch nicht besonders. Auch nicht so. Nee, nicht wirklich. Bleiben einem jetzt nicht ein Leben lang im Gedächtnis. Okay, da hätte ich von ihr ganz andere Szenen eingereicht, aber gut. Gewonnen hat übrigens nur noch mal als Rückgriff auf unsere Unterhaltung vom Anfang. im Jahr 2007 als Hauptdarsteller in einer Dramaserie James Spader als Alan Shore. Ach was. Ah, je. Auch ein Anbar. Zurecht. Sehr zurecht. Okay. Schließen wir mal ab den Abend. Ja, mach mal. Willi, schnell. Bevor du wieder sagst, jemand anderes war. Ihr habt doch gar nicht angefangen. Nee, ich bin noch als Letzter dran. Ich. Naja, im Wesentlichen läuft es in der Folge ja drauf raus, wie man diesen neuen Charakter findet. Zumindest meiner Meinung nach. Und da ich den ich den sehr interessant finde, der wird natürlich nicht unglaublich kreativ als interessant und so ein bisschen ein bisschen eigen dargestellt. Aber ich finde, das funktioniert funktioniert total gut. Also auch wenn das wenn das Schreiben und die Inszenierung jetzt vielleicht kein kein Preis für Innovation verdient hat, funktioniert das super gut. Dafür, dass in dieser Folge so effektiv eigentlich nur nur Spannungsaufbau betrieben wird, weil es ist ja immer noch Hinarbeiten auf dieses Verfahren gegen Balda, was jetzt schon gefühlt zumindest eine ganze Weile immer davon geredet wird, aber es scheint nicht so richtig was zu passieren. Fand ich das echt gut. dieser Sideplot mit dass Kelly anfängt Bomben zu legen schockiert mich persönlich relativ wenig, weil ich habe schon Probleme mir das Gesicht von ihm zu merken. Ich verwechsel den immer noch mit dem mit dem XO von Pegasus. Pegasus, genau. Die sehen für mich beide gleich aus. Wie hieß der noch? Fisk? Fisk, ja. Ja, ach ja, also alles in allem gut, dafür, dass nichts passiert ist, durch diesen ja, in Anführungszeichen nichts passiert. Ich wollte nur gerade sagen, das klang jetzt schon fast wie Mario. Ah, äh, dann höre ich besser auf, bevor es noch mehr klingt wie Mario, sieben Punkte. Wow. Ben? Ähm, ja, also ich mag die Folge auch, ich mag aber auch den Charakter besonders, also ich mochte den schon, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe und, ähm, was zum Teil am Schauspieler liegt, aber auch an der Art, wie der Charakter geschrieben ist. Ähm, Phil hat ja schon gesagt, viel passiert in der Folge ja nicht, die ist ja wirklich nur dazu da, diesen Charakter einzuführen und uns auch vor allem zu zeigen, dass es auch Leute, ähm, in der Flotte gibt, die dieses Tribunal eben auch ernst nehmen und das nicht einfach nur schnell abhandeln wollen, damit sie sagen können, es hat ein Tribunal gegeben und, ähm, ich mag es einfach, dass, dass den Charakteren hier durch Lemken gezeigt wird, dass sie das nicht einfach so runterbeten können, sondern, dass sie da auch Schwierigkeiten haben werden, weil es jemanden gibt, der, ähm, der Balter eben auch verteidigt, effektiv verteidigt und jemand gibt, der auch gewinnen möchte und ich glaube, das hat noch sehr viel Potenzial, uns Spaß zu machen und den anderen Leuten Probleme zu machen. Von daher, acht. Okay. Tim. Dann muss ich ja, weil der Jan der Letzte ist. Jan recherchiert nebenbei immer noch über, äh, Erdöl. Algen. Algen. Naja, äh, frisch ich damit mal ein bisschen meine Unibildung auf, ist ja peinlich. Gut, dass du das jetzt machst, Jan. Gut, gerade jetzt. Ja, ich sag am Ende eh einfach, ja, das, was ihr gesagt habt. Dann hat Phil sich so in Beschreibung verloren, dass ich dachte, bis er zum Urteil kommt, das dauert. Ja, also das ist ja ungewöhnlich, weil Phil konnte jetzt nicht sagen, das, was ihr sagt, weil er eben als erster sagt. Deswegen sagt er sonst immer, Tim fang doch mal an. Ben, wie viele Punkte hattest du gegeben? Acht. Acht. Hast nicht zugehört. Siehste? Nee. Ich kann zuhören. Hab nicht zugehört. Ich hab ja hier das gelesen, was Jan gepostet hat. Und auf damit. Acht gebe ich auch. Ich fand die Folge sehr gut und die Folge hat mir seit langem Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich sofort weitergucken. Ich wollte jetzt sofort weitergucken, wie es weitergeht und hab sogar überlegt, Acht oder Neun. Und da aber die nächsten beiden Folgen, die das Staffelfinale schon sind, das ist eine Doppelfolge, erhoffe ich mir dann natürlich noch Platz nach oben und bleib hier auch bei der Acht. Mir ging's aber genau wie euch beiden. Haha. Und ich brauch nicht mehr viel zu sagen. Jan. Ja, das, was ihr sagt, nein, Scherz. Ich find die Folge, ich fand sie auch sehr gut. In der letzten Folge stirbt einer der Hauptcharaktere, vermutlich. Und ich fand's schön, dass sie das jetzt eben aufgegriffen haben, überzeugend aufgegriffen haben, aber nicht zum Hauptinhalt der Folge gemacht haben, wie alle mit dem Tod von Cara Trace umgehen. und die Einführung eines, also jetzt schon Ende dritter Staffel eines neuen Charakters, find ich sehr gekonnt gemacht, dass sie ihm dafür auch noch eine ganze Folge geschenkt haben. Zeigt nur, dass sie überzeugt sind, dass es ein Charakter ist, der Potenzial hat, anders als der zweite Offizier, wo ich mir sicher bin, dass sie den genommen haben, um den Posten einfach schnellstmöglich und sichtbar für den Zuschauer freizumachen. Das macht in der nächsten Folge einfach Milo noch in Personalunion. Eben, damit sie eben einen Charakter draufsetzen können, den der Zuschauer mit kennt. Und dass dann ein zweiter Offizier auf einmal Herr Agathon ist. Beispielsweise. Gebe ich auch acht Punkte. Okay. Dann letzte Worte. Phil. Ich hab was, ich hab was. Er hat was, er hat. Ach, ich weiß nicht. Krieg der Sprichwörter. Okay. Dann Ben. Ich hab einen Schlappen geklaut. Okay. Ich sage eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, Hexa. Ich sagte, I'll kill that cat. Okay. Und damit sind wir am Ende und ich sage ciao, ciao. Und ihr sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Immer dran, bis die Musik richtig losgeht. Ach so. Ja, ich muss unbedingt auf Toilette, deswegen sage ich Ich lasse mir gar nicht stoppen, wir sagen. Stopp. Stopp. Es geht kacken. Ach verdammt, ich hab zu viel Stopp gesagt. Verdammt. Aber passt bei der Tür auf, nicht, dass sie explodiert. Die ganze Folge von vorne auf. Ich verresen alle für die ganze Zeit. Bla, bla, bla. Wieso hast du nicht Ich geh kacken als letztes Wort gesagt? Das fand ich sehr primitiv. Ach so. Das wollte ich euch überlassen. Ungewöhnlich lang für eine Folge, die wir gut fanden. Ja, irgendwie schon. Das hätte uns sonst eigentlich nur bei schlechten Folgen. Das stimmt. Wir haben ja auch ein bisschen drumrum geredet, so zwischendurch. Ja. So ein bisschen, aber es macht wenig. Ja, fünf Minuten. Ja, es war vielleicht auch ein bisschen albern. Ja, ein bisschen. Aber beim nächsten Mal sind wir total ernst. Da kommt noch Staffel 4. Ja, ja. Ja, es war ein bisschen algen. Ein bisschen algen. Ja. Habt ihr meinen genialen Schachzug verstanden? Ich hab nämlich alles durchaus durchgeplant. Wir machen jetzt eine Folge, damit wir die Doppelfolge zusammen besprechen können. Das ist so klug. Warum hast du das nicht einfach geschrieben, statt zu sagen, wir haben noch so viele in Reserve? Ja, das heißt... Hat Lämpchen immer die Hosen runtergelassen? Nein, um Gottes Willen. Hoffentlich. Wir... Ich frage immer viel zu spät. In zwei Wochen haben wir den nächsten Versuch. Die nächste Aufnahme. Wieso fragst du zu spät? Wir haben doch dann noch zwei Wochen Zeit, wenn du jetzt fragst. Ja, genau. Aber in den letzten Wochen hab ich ja nie direkt nach der Aufnahme gefragt. Du hast es irgendwann geschrieben. Ich kann am 28. Das ist gut. Ich auch. Jan ist immer noch mit Erdöl beschäftigt, glaube ich. Oder ist der jetzt wirklich kacken gegangen? Vielleicht ist der wirklich kacken gegangen. Hat er gesagt, er muss ganz dringen. Hast du noch eine Verbindung? Ja. Ha. Ja. Ja, dann wissen wir wir warten, bis er wieder da ist. Aber ich fände es halt gut, wenn alle da wären bei der letzten Episode. Ja, das ist unser letztes Cliffhanger-Staffelfinale. Weil das danach, dann ist Ende. Ich hätte gestern echt weitergeguckt, am liebsten. Aber ich mag die Tribunalfolgen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe nur gestern irgendwo kurz gelesen, die werden sehr gut nach einer schwachen. Nach einer schwachen dritten Staffel hat der Abschluss total genial. Ja. Dank Romo Lampkin. Okay. Jetzt gehe ich gleich auch kacken. Da stehen Dinge im Termin. Oh, Kacker ist wieder da. Staffelfinale. Es war Pi-Pi-Pi. Pi-Pi-Pi? Dann hast du jetzt den genialen Zylonenplan gar nicht mitbekommen. Gott sei Dank. Kannst du am 8. ja schon gespoilert. Kannst du am 28. in zwei Wochen? Da wäre Staffelfinale mit den letzten beiden Folgen. Ich habe mir übrigens wirklich aus Versehen einen Spoiler gegeben. Ich sollte aufhören, diese Battlestar-Wiki zu lesen. Aha. Weil ich mir den Charakter Romo Lampkin angefangen habe durchzulesen. Und dann stand da so ein Scheiß drin, wie ich habe das schon... Sag es Ihnen nicht, die wissen es doch vielleicht auch nicht mehr. Sag es mir nicht, ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht hat das mit dem zu tun, was ich eben so... Mit der Katze! Mit der Katze! Nein, 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 nein. Ben kann sich ja an alles erinnern. Genau, ich lese den Artikel. Die Katze hat einen eigenen Artikel in der Wiki. Ja. Ich dachte, das war ein Litz. Nein, nein. Nee, hat sie... Lanz. Und der spoilert mich nicht? Spoilert's? Nee, in dem Katzenartikel nicht, nee. Da steht dann wahrscheinlich nur drin, dass sie in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wurde. Ja, das steht da drin. Aber wenn nächste Woche Staffelfinale ist, dann kommt da... Über? Nächste Woche? Ja, nächste Folge. Dann kommt da die Musik, oder? Welche Musik? All Along the Watchtower. Echt? Ist das in der Folge? Ist die im Staffelfinale. Die kann doch erst kommen, wenn Starbuck wieder da ist. Die kommt wieder? Verdammt! Danke. Das wusstest du doch. Das wusstest du doch. Nein, wusste ich nicht. Du hast doch eben schon gesagt. Mann, ey. Ich hab inhaltlich nichts gesagt. Ja, ich wusste es nicht hundertprozentig, aber ich hab es mir gedacht. Weil so wie sie da rausgenommen wurde, das hat man erst später bei Game of Thrones gemacht. Man hat sie nicht mal abgezogen in der Nummer der Leute. War ein bisschen plötzlich. Ja. Und nebenbei. Ja. Aber sie steht nicht mehr im Vorspann. Ja, aber sie haben sie nicht abgezogen. Das heißt, sie kommt nie wieder zurück. Nie wieder kommt zurück. Wieso haben sie die nicht abgezogen? Das macht überhaupt keinen Sinn, die nicht abzuziehen. Ja, in dem Wiki-Artikel steht auch drin, dass es keinen Sinn ergibt. Ja, weil sie ja nicht tot ist. Den Marine haben sie auch nicht mit abgezogen, der gestorben ist. Der ist ja auch erst nach dem Namen gestorben. Nein, der ist ja abgestorben. Genau. Zeit. Oh, Mann. Beim nächsten Mal müssten sie ihn abziehen. Scheißserie, ey. Genau. Bock mehr auf den Mist. Lese ich mir jetzt das Ende halt bei der Wiki durch. Ja. Hier. Ist eh alles viel zu dunkel. In dem Beitrag zu Lens. Man hat ja gar nicht gesehen, bei der Schlacht. Zu Lens. Und das mit den Armbrüsten hat auch keinen Sinn ergeben. Und bei Lost haben sie alles nur geträumt. Hast du Game of Thrones schon gesehen, Ben? Ja. Ich glaube, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja? Ich habe gerade nicht zugehört. Die 5-Dick-Folge habe ich noch nicht gesehen. Also, aber bis zur 4. habe ich alles gesehen. Staffel oder Folge? 8. Staffel bis zur 4. Folge. Ja, weil ich habe bis zuvor ein Stapel alles gesehen. Ja, 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 ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, das ist wie bei Star Wars 8. Ich sage ja nichts dazu, wenn Jan das noch nicht gesehen hat. Nee, nee, ich sage auch nichts dazu. Ich kann es aber auch nicht werten. Ja, aber man kann sich, glaube ich, nach der 4. schon denken, wohin es geht. Und die 4. ist so, ach. Echt? Ich verstehe gar nicht, ehrlich gesagt, warum alle so schimpfen. Ich meine, ich nehme die Serie vielleicht auch nicht so ernst wie viele andere. Ich gucke das einfach nur zur Unterhaltung. Also optisch und von der Akustik her ist es geil. Es sei denn, es ist so schwarz. Ja, das auf jeden Fall. Nee, fand ich tatsächlich die Folge nicht so schwarz. Zumindest über Amazon war das nicht so schwarz. Nee, das war vor allem in Skype, äh, in Skype, in Sky wohl so, weil die so eine scheiß Bildqualität haben. Sky ist auch scheiße. Ja, die hatten auch viele Artefakte. Sky Go, das habe ich einmal ausprobiert. Okay. Und um Gottes Willen, nie wieder. Die Bitrate ist dann so niedrig. In der dritten Folge bin ich persönlich so müde geworden, weißt du, als es nur noch Gehacke und Gehacke war, aber irgendwie stirbt Ich war da voll dabei die ganze Zeit. Die Musik, diese Bibliotheksszene zwischen, ich finde, die haben es immer schön, schön aufgelockert. Aber die Bibliotheksszene, die kannst du auch nicht damit zuzählen. Die haben ja nicht 90 Minuten lang aufeinander eingehackt. Die haben da immer wieder gut, aber Jan, Gott sei Dank gab es die Bibliotheksszene, aber die ganze Zeit immer Ja, weiß nicht, die können das gerne machen, aber lass doch mal bitte einen sterben. Aber Jan, Ja, es sind doch. Aber Jan, bei Game of Thrones ist das doch die total crazy Wendung, wenn kein Hauptcharakter stirbt. Anscheinend nicht. Also in der Folge war das tatsächlich überraschend, wie wenige da gestorben sind. Da hätte ich auch, habe ich mit mehr gerechnet. das ist auch ein Hauptkritikpunkt und das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Ich fand es. Also ich finde es, weil sie werden mehrmals, werden Leute überrannt von von den Zombies und dann kommt immer noch einer und haust sie raus und nach dem fünften Mal ist es echt langweilig. Ja, aber es war ja auch nicht so, dass sie manchmal immer, manchmal immer, dass sie immer gerettet wurden, sondern teilweise hast du ja Szenen gesehen, da sind die überrannt worden, dann hat die Szene woanders hingeschnitten und dann hat sie zurückgeschnitten und dann sind die gleichen Leute das zweite Mal überrannt worden und das fand ich auch komisch in der Szene. Ich habe was von Starbucks gelesen. Und jetzt in der vierten Folge, dass der Drache das war gar kein Starbucks-Becher. Nee, das war so ein lokaler Händler. er kann gerne sterben, der Drache, aber wie das geschnitten war, das hat mich auch so ein bisschen... Das war saugeil aus und wie der gegurgelt hat. Ja, weil der das Lech hatte durch diesen... Das fand ich so geil. Das fand ich mega gut. Aber das habe ich auch nicht kaputt. Ich meine, das war auch cool gemacht, aber warum gibt man dem dann noch diesen Gurgelsound? Warum legt man darauf noch das... Weil es... Er hat halt einen scheiß Tag gehabt. Ich fand's gut. Ja, warte, ich such mal aber einen Fan-Edit, der gemacht wurde. Also das Einzige, worauf ich mich einlasse bei der ganzen Kritik ist, man merkt halt, dass die jetzt einfach, dass sie sich hingesetzt haben und Sachen aufgeschrieben haben, die passieren müssen. Und die passieren jetzt einfach zack, 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 damit sie irgendwie zu... Das passiert jetzt alles viel zu schnell. Und so Charakterentwicklungen, die früher zwei Staffeln Zeit hatten, die müssen jetzt halt in 20 Minuten passieren. Ja, das ist richtig. Man merkt halt, die haben ein festgelegtes Ende und jetzt müssen sie schnell alles in diese Richtung drehen, damit das Ende am Ende noch passt. Ist eigentlich General Viers noch dabei. Das finde ich auch nicht schon länger gut. Nee, der ist nicht mehr dabei. Der war aber auch... Weil sie springen, die Größe des Kontinents ist so... Ach, komm, das... Nee, mich hört das. Das juckt mich schon zwei Staffeln nicht mehr. Das war ja schon... Das sind wir schon lang drüber weg. 7 oder 8. Jetzt kommt ein neues Problem. Das muss... Was denn? Das muss doch jetzt einfach nur noch zu irgendeinem Ende kommen. Ist doch völlig wurscht, ob die da zwei Wochen oder zwei Monate marschieren. Das ist doch Schwachsinn. Das muss zu irgendeinem Ende kommen. Wenn es zum Scheißende kommt, dann lieber gar kein Ende. Dann lieber vorher alle sterben, wie George R. R. Martin es eh machen wird, weil er selber stirbt, bevor er das Buch raushaut. Ja, aber ich lasse mir das Ende doch nicht davon kaputt machen, ob die jetzt eine realistische Marschgeschwindigkeit von Winterfell nach King's Landing hatten. Das ist mir doch egal. Ja, aber weißt du, für mich macht es das... Ja, ja, das meinte ich ja vorhin mit. Ich nehme die Serie halt auch nicht so ernst wie viele andere. Für mich ist das halt so ein angenehmes Maß an Fantasy. Das ist jetzt auch nicht meine Top-Serie, aber es sind halt Sachen, die würden mich auch bei anderen Filmen oder Serien stören. Und deswegen kann es mich auch bei Game of Thrones stören. Ja, klar kann es das. Ich finde es halt sehr gezwungen jetzt in dieser... Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es auch. Und dafür, dass sie schon vor einer Weile wussten, wie lange sie sich noch geben, finde ich es ein bisschen erstaunlich, wie arg die jetzt das Tempo anziehen müssen. Das kam mir jetzt nicht wirklich überraschend. Als hätten sie jetzt erst realisiert, was für ein großes, cineastisches Projekt das eigentlich ist. Und sie jetzt irgendwie, weißt du, bei der Gruppenarbeit merken, scheiße, morgen ist Deadline. Ja, so wirkt es nämlich auf mich. Eher so als, eigentlich sind wir mit unseren Köpfen schon lange beim Star-Wars-Film, aber wir müssen ja noch schnell Game of Thrones fertig machen. so, lass mal schnell zack, 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 hier, das muss... Lass mal schnell fertig machen. Ja. Ich habe den Eindruck, die Writer, die sind da schon... Die sind schon lange fertig damit und haben das jetzt nur noch... Und dann kann man aber auf jeden Fall verstehen, warum Leute das... Also, die es halt wirklich am Herzen liegt, die fühlen sich dann halt verarscht. Ich spreche das ja keinem ab, nur mir geht es halt überhaupt nicht so. Ich habe Spaß, dass da die ganze Zeit Sachen explodieren und... Und da ist ein Fan-Fall. ...edit von wie der Drache umkommt und ich finde, das macht so, mehr Spaß sich anzugucken. Ist das ein Spoiler? Man kann den Ton auch anstellen. Ja, das ist ein Spoiler. Ist das ein Kombi-Drache, oder? Der Drache heißt Regal? Der heißt Regal. Kannst du bei Ikea kaufen. Ach, den meinst du, okay. Ja, aber die Szene fand ich auch... Weiß ich nicht. Also, ich finde es halt immer noch grundsätzlich dumm, dass da überraschenderweise plötzlich so eine Flotte auftaucht, die vorher kein Mensch gesehen hat. Das ist super dumm. Ja, ja, vor allem, wenn die die ganze Zeit oben drüber fliegen. Aber, ne, ja. Wobei, das war noch nicht mal das Problem. Mich hat am Ende genervt, dass die frontal auf die Flotte zugeflogen ist und 20 Schiffe haben gleichzeitig gefeuert und plötzlich hat niemand mehr getroffen. Ja, oder dass sie nicht mal auf die Idee kommt, um die Schiffe rumzufliegen, dass sie durch ihre eigenen Segel vielleicht nicht mehr anvisieren können. Ja, aber das wäre ja unfair. Das haben die doch beim Hobbit abgeguckt. Beim Hobbit sind die mit Schiffen so gefahren? Ne, aber da hat doch auch der Typ auf dem Turm, das war doch auch bei dem See, wo der Drache die Seestadt angegriffen hat und da hat doch dieser Bart, der Bogenschütze... Ah, dieser Bart. Bart. Dieser Bart. Oh, ich habe jetzt im April noch mal das Buch gelesen. Seit langer, langer Zeit. Der Hobbit. Ja. Und danach habe ich mir Endgegner auf Rocket Beans TV angeguckt über den Herrn der Ringe und dachte, oh Gott, sind... Die doof, die habe ich mir auch angeguckt. Die konnten ja nix, bei Star Trek auch nicht. Ne, das ist ganz schlimm. Das war bei Star Wars aber auch so. Ne, ne, nicht Star Wars, was? Star Wars kam noch nicht. Star Trek hatten ja, da war aber noch irgendwas. Ach, was war das denn? Harry Potter? Obwohl, das kannte ich auch nicht so viel. Egal. Egal. Wo sie auch nur so Billo, Billo, Billo Fragen gestellt haben. Und sie da nicht wussten. Ja, ja. Ja, wirklich. Oder dass sie das innerhalb von zwei Sekunden beantwortet haben und es halt überhaupt keine Spannung gab. Ja. Bei dem Herrn der Ringe haben sie auch immer nur falsche Namen falsch geschrieben oder ausgetauscht. Die hätten sich auch andere Fragen überlegen können. Zum Beispiel das mit den Ringen, das wusste ich. Das wussten die auch nicht. Ich weiß nicht, dass der dritte Ring der Ring der Erde ist. Weil der... Dass der Bauer Magget heißt, wussten sie auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Wer blendet oder was? Aber Tim, es war der Ring der Luft. Richtig. Hatte ich das nicht gesagt? Ach, der hat gefehlt. Ach, der Erde war dabei. Weil Feuer gehört nämlich Gandalf, Erde gehört Elrond und Luft gehört Galadriel. Oder war es umgekehrt? Umgekehrt. Nee. Ich glaube, dass Elrond hat den Feuer. Nee, das bin ich mir sehr sicher, dass das Gandalf ist. Ja? Ja. Sagt er. Hm. Und googelt. Na, muss mal Silmarillion nochmal. Den hat er nämlich von Cyril, dem Schiffsbauer, bekommen. Als er Mittelerde betreten hat. Weil er der Einzige, der Zauberer war, der vertrauenswürdig aussah. Der Schwiegersohn-Zauberer sozusagen. Ja. So war das. Und Gersten, Gersten, mein Butterblume wusste ich auch nicht. Ich wusste zwar Butterblume, aber der Vorname wäre mir nicht eingefallen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Namen habe ich es da nie gehabt. Ich habe es ja nicht mal mit den Namen von echten Leuten. Ja, ich auch nicht, aber von Herr-der-Ringe-Charakteren schon. Die sind ja wichtig. Die mag ich ja. Sean Bean. Sean Bean. Ja, da war die Serie noch gut, als Sean Bean noch dabei war. Tatsächlich finde ich die erste Staffel am schlechtesten. Was? Ja. Also nicht wegen Sean Bean, der ist toll. Aber die erste Staffel war mir zu sehr so auf Publikumsfangen ausgelegt, weil du halt alle drei Sekunden irgendwo eine nackte Frau gesehen hast. Das war doch immer so. Du hast richtig gemerkt, dass sie die Zuschauer abholen konnten. War das je anders in irgendeiner anderen Staffel? Nee. Die erste war die schlimmste. Ich habe auch kurz überlegt, nach der ersten Staffel aufzuhören. Habe ich auch überlegt, weil Sean Bean tot war. Nee, weil mir die einfach überhaupt nicht gefallen hat. Damit ist Game of Thrones für mich gelaufen. Du hast auch den Herrn der Ringe nach dem ersten Film aufgehört. Ja. Was? Das ist gar nicht der Held. Aber Sean Bean kommt zurück. Beam. Im dritten Teil. Beam, ja. Das war Jim Beam. Sean Bean, ja. Stimmt, er kommt zurück im dritten Teil, aber nur in der Special Extended Edition, glaube ich. Der Rückblick, stimmt. Wo sind Orthanc, nee, wie heißt das? Osgiliagard. Osgiliag. Osgiliag. Das wusste ich auch nicht. Wer Aragorn den Schlüssel zum Orthanc gegeben hat. Das wusste ich. Nicht schlecht. Nee, Quatsch. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste aber wenigstens, was Orthanc ist. Das wussten die ja auch nicht. Ja, die wussten auch nicht, dass Eowyn Pharah mir geheiratet hat. Das wusste ich. Boah, sind die scheiße. Die sind echt scheiße. Die konnten ja nix. Die konnten ja nix, ey. Nee, der hieß ja irgendwie Flinkbaum oder Flinkzweig oder so, dieser Ent, oder? Das wusste ich auch nicht. Aber das, ich wusste wenigstens, was Orthanc ist. Ja. Nämlich der schwarze Tanker mit dem Aragorn, äh. Genau, wo die U-Boote von der Armee der Saudis anrückt. Ja, ja. Wo dann Blofeld, nee, hier, Kurt Jürgens mit den U-Booten. Eultank. Eultank, ja, genau. Eultank, jetzt. Oh Gott. Ich lese ja jetzt immer im ESL-Raum extra die verspoilerten Kommentare zu Game of Thrones und so kriege ich auch alles mit. Sehr gut. So kann man es natürlich auch machen. Ach, Spoiler. Ist doch alles egal. Ja, jetzt weiß ich sogar, dass noch passiert in Game of Thrones, äh, in Battlestar Galactica. Tja. Du weißt aber nicht, wie es endet. Also das, den Abschnitt, den du gelesen hast. Oder hast du dann? Ich hab dann direkt aufgehört zu lesen. Ach Gott sei Dank. Irgendwann ist sie mehr, wissen. Irgendwann war es ja auch nichts Besonderes mehr, dass es solche besonderen Wendungen gibt, weil es nur noch besondere Wendungen gibt, weil jede Serie ständig auf besondere Wendungen abfährt. Ja, alles dank Lost. Ja, da war es noch was Besonderes. Ja, die haben damit angefangen. Aber dann müssen ja jetzt auch alle Serien scheiß Ende haben. Game of Thrones. Boah. Ich weiß nicht, ob Lost damit angefangen hat. Die haben natürlich sehr viele von diesen Wendungen gehabt. Aber die haben wahrscheinlich auch nicht damit angefangen. Aber irgendwie, irgendwann gibt's, ach, man hat ja jetzt nur noch diese Wendungen. Das hat mich bei Breaking Bad schon gestört. Die haben das immer so gemacht, dass die am Anfang der Staffel schon irgendwie so was gezeigt haben. Ähm, sowas, wo man dann über die Staffel, ähm, sieht, wie man da hinkommt. Man wollte sich, ja. Oder man konnte es einfach ignorieren. Oder man konnte es einfach ignorieren. Aber geärgert hatte ich mich in der dritten Staffel war das, glaube ich, wo man am Anfang sieht, dass die Polizei bei denen ins Haus eindringt und das überall drüber rumliegen und am Ende kommt raus, dass das einfach dieser Flugzeugabsturz war, den Q verursacht hat. John DeLancey. Schon wieder dieser Typ. Ja. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Der Vater war von der Freundin. Genau. Ja. Ja. Und da hab ich beim ersten Mal aufgehört, das zu gucken, weil ich mich verarscht gefühlt hab. Dann hab ich's aber nachher nochmal geguckt. Dabei war das doch überhaupt keine super dramatische Wendung, sondern einfach... Eben. Weil sie das aber so... Ich fand's... Ich fand mich verarscht. Ach so, weil du warst enttäuscht. Ja. Weil das einfach so ein banaler Quatsch war. Ja. Und gar... Ja, fand ich ja ganz gut. Einfach ein völliger Zufall sozusagen war und gar nichts mit der Handlung in diesem Fall zu tun hatte, was da angeteasert wurde. Weil die Polizei ja da einfach nur durchgelaufen ist durchs Grundstück. Wegen diesem Flugzeugabsturz. Ja, aber dann hab ich's nochmal geguckt. Und ich glaub Game of Thrones muss ich auch nochmal gucken. Wenn's jetzt alle scheiße finden, dann guck ich's. Ja, wenn alles da ist und dann so ein halbes Jahr, Jahr warten, bis das so ein bisschen abgeklungen ist und dann kann man sich nochmal angucken. Ja. Mit dem Vorspulbutton in der Hand. Vorspulen, Vorspulen, Köpfen, Vorspulen, Vorspulen, Nacktszähne, Vorspulen, Vorspulen. Bist du jetzt eigentlich durch mit Discovery, Jan? Mit der zweiten Staffel? Nein. Ach, schade, da wollte ich jetzt was zu sagen. Bin ich noch nicht. Aber kannst du jetzt was dazu sagen, denn ich hau jetzt ab. Ja, ist ja auch doof. Aber ich bin auf einem guten Weg bald fertig. Ich wollte nur sagen, dass ich ja jede Folge eigentlich so insgesamt schon gut fand, aber nachdem ich mir jetzt nochmal so den Gesamthandlungsverlauf der zweiten Staffel angeguckt hab, muss ich sagen, das war eigentlich alles ziemlicher Quatsch. Ich war jetzt, äh, bei welcher Folge war ich jetzt? Eins. Eins. Nee. Hab das irgendwo geguckt. Ah, mit der, mit der Control, die den Captain von dem Section, welche nochmal auch ein Monarchiv übernommen hat. Ach so, das ist ja die vorletzte Folge. Ist das schon die vorletzte Folge? Das, wo sie die dann, diese Naniten an den Boden geklebt haben mit Magnetismus oder was? War das die? Nein. Ach so. Ich rede jetzt erstmal nicht weiter. Ah, wo der übernommen wird. Meinst du den, den, den übernommen, den von Sektion 31? Ah, okay. Ja, ja, genau. Nachher wird nochmal jemand übernommen. Wo er so schön die Nadel ins Auge kriegt und nachher die Nanobots in seinen Körper reinkommt. Was aussah wie bei den Borg. Bisschen. Aber es hat mich alles doch arg an Terminator erinnert. Hm. Nun gut, ich hau jetzt trotzdem ab. Jo. Noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss, Jan. Tschüss. Heute ging durch das Internet, dass die PK-Serie bei Netflix kommt. Nein, bei Amazon kommt. Ah, da hab ich irgendein Screenshot gesehen, wo er einen Bart hatte. Echt? Das hab ich nicht gesehen. Finde ich gut, da muss ich nichts dafür bezahlen. Weil du eh Prime hast, oder wie? Ja. Okay. Star Trek Serie PK. Und Netflix hast du nur, wenn du es mal was Besonderes gucken willst, was da kommt, oder wie? Genau, das läuft einfach so parallel. Also zahlst du es doch? Na ja, klar. Aber ja, nö, ich gucke halt immer, worauf ich Lust habe. Es ist halt, wenn man beides hat, ist die Auswahl halt größer. Ja gut, aber du meinst ja gerade, du musst da nichts dafür zahlen. Du zahlst ja eh, hast du gerade gesagt. Ja, bei Amazon. Aber ich muss auch sagen, Amazon hab ich nicht wegen der Videos, sondern wegen Prime tatsächlich, wegen dem Versand. Und ich hatte das auch schon, bevor es dieses Video gab. Ich auch. Und dann hab ich halt irgendwann gratis noch diese Videos oben drauf bekommen. Und dann hab ich mir gedacht, geil. Zahlen tue ich eh schon, dann hab ich kostenlose Videos. Von daher passt das schon. Steht hier bla bla bla. Weltweit auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Also nicht bei Netflix. Der Vertrag bezieht sich demnach auf über 200 Länder und Gebiete, darunter auch Deutschland. Die Gefahr könnte sein, dass es bei uns dann nur auf Deutsch kommt. Oh Gott. Das glaube ich nicht. Das ist immer so, immer zuzutrauen. Nein, bei neuen Produktionen ja tatsächlich nicht. Nee, nee, machen die nicht. Wie fandest du denn die neue Bosch-Staffel, Phil? Du hast die ja schon vor mir geguckt. Ich hab die ruckzuck durchgeguckt. Ich war dabei. Ich fand das toll. Die Serie hatte für mich bis jetzt auch noch keine Staffel, die ich richtig schlecht fand. Nee, ging mir auch so. Aber ja, ich stehe einfach auf den Charakter. Und auch hier seinen Partner, den find ich auch gut. Edgar. Edgar. Edgar Wallace. Nein, mit Nachnamen heißt der Edgar. Das ist einer der Hauptrollen aus The Wire. Edgar? Ja, also der Schauspieler hat natürlich nicht die Rolle. Ah, Edgar? Das wusste ich gar nicht. Ich hab The Wire ja immer noch nicht gesehen. Schade. Dann war der da noch, also der ist ja noch gar nicht so alt, oder? Naja, der war da so ein Drogendealer, so ein 20-Jähriger. 20-Jähriger, okay. Ja, also, ja, der kommt ja irgendwann, ich glaub in Staffel 3 oder so und macht den alteingesessenen Probleme. Ja. Es war ja so ein bisschen diesmal Trevor Phillips Industries, oder? Bei Bosch mit der Wüste und so. Ja, stimmt. Sie kommen doch irgendwann sogar als Hinweis an diesem komischen Betonteil vorbei, was man bei GTA 5 auch da in der Wüste sieht. Was da so mit diesen UFOs bemalt ist. Das haben sie doch da auch als Hinweis, um den Ort zu finden. Okay, das weiß ich nicht mehr. Ja, und aber halt... Aber ich hab auch GTA, glaub ich, nicht so viel gespielt wie du. Okay. Ja, aber ich fand's auch wieder gut. Ja, und das hier so Zeugs aus Edgars Vergangenheit kommt, das ist jetzt neu, oder? In der Vergangenheit war der noch nicht so... Nee, bis jetzt war das ja Boschs Vergangenheit mit seiner Mutter da immer. Stimmt, das ist jetzt neu. Weil das war ja jetzt schon ziemlich klar, was da nächste Staffel Thema sein wird. Stimmt, da hab ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber sonst hätten sie das jetzt nicht begonnen. Sohn von der Secret Police. Genau. Nein, das ist mein Vater. Seine Tochter bräuchte ich ehrlich gesagt nicht. Ja, die ist ja jetzt auch der Weg. Also Boschs Tochter, die dürfte gerne auf der Uni bleiben. Ich find die nicht schlimm. Ah, ja, aber das hat mich jetzt nicht so interessiert. Da hätte ich lieber noch mehr Zeit mit den zwei alten Detektives gehabt. Die sind immer cool, ja. Ja. Ja, was ich ein bisschen, was heißt doof fand, aber was ich nicht mochte, dass das so wieder so eine Rückblende war. Dass es am Anfang da anfing. Ah. Das war jetzt auch nicht schlimm. Hab ich auch nicht verstanden, weil es war ja nicht mal, dass es dann so ganz vom Staffelende war, sondern es war ja so mittendrin. Ja, ja, genau. Und er hat die coolen Ex-Soldaten ziemlich schnell kalt gemacht. In seinem Haus. Ja. Das war aber eine gute Szene. Ja. Also die fand ich, die fand ich, also, naja, nicht wirklich spannend. Also ich hatte jetzt keine Sorge um ihn, aber, aber ich fand das gut, gut inszeniert. Hm. Ja. Ja, jetzt dauert es wieder ein Jahr, oder es kommt nichts mehr. Ja, aber wenn das so ist wie in der Vergangenheit, dann denke ich jetzt einfach ganz lange dann nicht mehr dran und bin dann überrascht, wenn die nächste Staffel schon wieder da ist. Ben, musst du mal gucken, gibt es nämlich auf Amazon Prime. Bosch? Bosch. Ja. Okay. Fünf Staffel. Aber so viel. Ist gut. Aber es sind immer nur zehn Folgen pro Staffel. Hm. Oder waren es jetzt mehr? Zehn. Achtzig. Ja. Ich glaube, weißt du, ob es von Goliath nochmal neue Folgen gibt? Ich? Ja. Ich kenne das gar nicht. Du kennst das gar nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Ha, ich war mir sicher, das hätte ich dir auch mal empfohlen. Ja, kann sein. Achso. Nee, ich habe das noch nie geguckt. Ah ja. Ich wüsste auch nicht, dass du mir das empfohlen hast. Kommt das auch auf Amazon? Ja. Okay. Worum geht es da? Um einen Anwalt. Um zurück zu Anwälten zu kommen. Ja, Billy Bob Thornton spielt so einen kaputten Anwalt. Ah, ich glaube, das hast du mir dann doch schon mal empfohlen. Habe ich dir doch schon mal erzählt. Ja. Aber habe ich noch nicht geguckt. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.